tadaa servus grus euch herz Willkommen ich bin der DSA mit Schuhbezockern heute wieder Simpaks Überletta 2 meine Freunde oder Simpaks Daikon 2 ist eigentlich der Name meine Freunde und ja, letzte gar meine Freunde ich hab mal Simi gekauft meine Freunde mit 300 Obaks gekostet meine Freunde und zwar wenn ich jetzt da hergehe warte mal warte mal und ich geh jetzt her meine Freunde und hol mir jetzt da so eine Requisite dann kann ich diese her da meine Freunde aber wenn ich jetzt da schief drauf hopps ist das nicht gegangen hopps hopp 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 das ist nicht gegangen was ist los was ist los meine Freunde hat zuerst gesagt nicht gegangen jetzt warte mal lass ich mal schauen ja diese hoch so ich weiß schon was ich falsch gemacht habe 6 drücktreten und dann diese mit dem Bett meine Freunde dann kann ich mir da so eine Kiste ziehen meine Freunde und die kann ich dann da so wenn ich geh kann es dann bestätigen meine Freunde und kann dann rausgehen dann hab ich da so eine Schräge meine Freunde so das hab ich mir gegönnt meine Freunde das Maxis muss ich mir noch noch gönnen so schnell so schnell das Ding muss ich mir noch gönnen die Parkerweiterung meine Freunde ich hab das 500 Euro gesehen die gönnen wir schon noch momentan brauch ich es immer nicht weiter aber das steht noch an so letzte Gau meine Freunde man hört mich ja wohl alles läuft wunderbar sehr schön läuft meine Freunde ich hab jetzt die Bildqualität ein bisschen ihr seht es ja im Streit ein bisschen knackigen Schaufeln zu machen so und dann hab ich noch was gemacht wir gestern soviel gemacht und wir gestern Schwimmschrack das trifft meine Freunde das Kunstding haben wir noch fertiggestellt also wunderbar meine Freunde und so das kennt man ja schon ein bisschen Werbung machen ein bisschen Werbung meine Freunde ein bisschen eine Werbung letzte Gau meine Freunde letzte Gau meine Freunde so so das war dann haben wir noch gebaut meine Freunde dies ist da so ich hab so ich hab so ich hab nichts besonderes Fressbuden und laut das Teile einer Achterbahn das haben wir gegönnt und ja schauen wir was die letzte die letzte hat statistik 2600 eingenommen und die läuft dazu überzeugt mit meine Freunde und ja und den hat eingenommen schon 10.000 meine Freunde schon 10.000 so wunderbar ja Gott jetzt drüben drei Minuten sehr gut alles läuft stabil stabil meine Freunde stabil so und jetzt wo steht jetzt an wir haben jetzt 1.497.000 die würde jetzt sagen wir machen jetzt da schauen wir uns die Marken an ja das man kann nicht schauen was der da hinten abschmeißt dann gewinnen mit Freude den haben wir ja das letzte mal da gebaut oder jawohl den haben wir da ja das letzte mal gebaut aus der statistikmäßig wo der hat schon 14.000 wenn ich freunde der hat schon 14.000 wenn man schaut intensive Fahrgeschäfte die Schwingbändel ist das das oder nein das ist das 12.000 12.000 der hat sich dann schon schon amortisiert wenn man sagt meine Freunde amortisiert und das habe ich auch noch gebaut das habe ich auch noch gebaut das habe ich auch noch gebaut das ist so Art rot da wenn man es kriegt ein da rein ein paar Kretel ein paar so Flyers und da ein paar so Scheinwerfer schon also das ist ein bisschen zu probieren meine Freunde zu probieren dann guck mal da reingehen meine Freunde jetzt hält er gleich an meine Freunde jetzt hält er gleich an meine Freunde hat zwei Rinder noch muss er da sein so Leipzig an so jawohl er ist da meine Freunde nicht einfach perfekt ein Platz besorgt also ihr kennt das so schon lange nicht mehr gefahren mindestens also ungelogen also mindestens so ist besser ungelogen mindestens schon 20 25 macht einfach die spaß meine freunde die spaß fertig jetzt können wir raus ich stecke fest ich stecke fest ich schüttere ohne zurück gesetzt ist egal ich fahre immer durch den boden in letzter zeit vielleicht ist diese absicht so wunderbar gehen wir da bei der klatschen vorbei schauen wir uns mal was die da sagen statistik mal 10.000 verlaufen wir den da in der stunde acht gäste in fünf minuten was sehr gut ist was mega nass ist was ist das verdient verdient ja sie hat sich amortisiert sie hat sich amortisiert wunderbar so ein paar fünf sterne erreicht meine freunde fünf gute sterne haben wir erreicht wie gerne sie ist jetzt hätte man gedacht meine freunde jetzt hätte man gedacht was ich selbst gesagt habe ich so gesagt was ist die kenne ich nie wo es zu wenig schauen wir uns die da an wir hätten da ja noch einen flinken frei gell einen flinken hätten wir da noch frei meine freunde das muss da ein bisschen eine bessere achterbahn herbauen meine freunde das ist ein bisschen weiter für sich setzen dass du dich weil die wochen kommen und das ist schon geil so alles angeschlossen meine freunde geschlossen sind auch kurze knackige das müssen wir einfach schauen so das müssen wir schauen wenn wir das da wegreißen das ist der wegreißen das ist das so dass wir das da dabei wegreißen so ich hoffe ich will jetzt keine sterne das ist grüße auch mit dem dann so meine freunde wunderbar meine freunde so ich habe mir dort ein bisschen einen bereich für eine achterbahn meine freunde ich weiß jetzt gar nicht was jetzt los ist eine geile achterbahn ist meine freunde ich weiß jetzt gar nicht was eine geile achterbahn ist aber ich muss es jetzt probieren meine freunde ich muss jetzt probieren wir haben jetzt richtig viel aussagen meine freunde ich habe mir einen guten koster wo es natürlich auch geil ist ich würde schon ganz gerne was anderes was warten da gerne freunde ich schau mal die aus die schaut gar geil aus gell die schaut gar geil aus wenn ich finde die schaut gar wirklich geil aus dass wir einfach sagen da haben wir einen ausstieg da haben wir einen ausstieg meine freunde können wir da bauen 1 2 3 das ist keine große werden meine freunde das sind keine große achterbahn werden dann darf man sagen fangen wir gleich hoch da können wir noch einen vorgeschrittenen gehen meine freunde können wir so das ist ein bisschen komplex meine freunde können wir dann einfach mal sommer der zungsteigen jetzt muss man noch hingekriegen die kette noch hoch das geht eh mit kette noch hoch genau dass wir so wir gehen jetzt da so mit kette hoch meine freunde bauen das jetzt da so so wir gehen jetzt so noch aus wir müssen es halt probieren das müssen wir halt jetzt probieren meine freunde mit kette bauen wir das so ja, die heben jetzt ja okay das ist mir dann müssen wir das da schon so machen meine freunde, rot, bauen, sehr gut können wir da ein booster hier bauen meine freunde, zwei booster einfach so und so, dann müssen wir zuerst eins nach unten, dann gehen wir eins nach unten meine freunde, lenken dann steil nach unten, so, dann lenken wir rüber, bauen wir das, so, dann muss es gut weiter gehen, das ist ein geschwungener Koffer, meine freunde, jawohl, das geht sich gerade nicht aus, oder, ha, geht sie nicht aus, schade meine freunde, wunderbar, ist ja auch kein problem, die müssen sie aber ausgehen, die geht sich dann nicht an der straße, ok, natürlich nicht so gut, sollte man da vielleicht, ja, 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 so, kannst du da anbauen, willst du noch anbauen, dann bin ich draußen, keiner bin ich draußen, ja, so, okay, schaß, dann muss ich mir den überlegen, bauen wir den da, meine freunde, so ein bisschen bloß haben wir ja, meine freunde, ein bisschen bloß haben wir ja, so, wir bauen jetzt das, dann bauen wir ein Grot, mit booster, eins, zwei, drei booster meine freunde, dann geht es nach oben meine freunde, das wird da schön nicht zu steil werden, das wird zu steil werden, ich hoffe, ich schaff dir, 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 meine freunde, ich hoffe, ich schaff dir, wir müssen an meinen Testmodus gehen, wir schauen, Sascha, Testmodus, Testmodus, beep, 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 und dann ein Testmodus, zup, 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 testmodus, wirst du, ich bin da nämlich eingespart, ich spare mich selber ein, meine freunde, ich spare mich einfach selber ein, wie er bin, also, ja, ich glaube, ich habe kein gelag, meine freunde, so, glaube ich habe kein gelag, meine freunde, die kriegen wir dann auch weg, weil die sind ja reine, für den Anfang gewesen, äh, jetzt können wir, können wir einen Testmodus, meine freunde, dann können wir, alles geht ja nicht, scheiße, so, jetzt gehen wir, f, f, muss ich mal raus, so, jetzt haben wir, f, hin, na, wir schauen, sie hat es aber voraus tun, meine freunde, wir schauen, sie hat es voraus tun, normal müssen da genug schwung oben, normal müssen da genug schwung oben, er kriegt dann auch ein bus nach, sowas, jawohl, genau das wollte ich mal wissen, meine freunde, genau das wollte ich mal wissen, genau das wollte ich mal wissen, genau das wollte ich mal wissen, meine freunde, wo haben wir denn das? Da sind wir. Jawohl, da sind wir. Sehr gut. So, bauen wir da noch einen mit Booster, meine Freunde. The Fire Gamer Roblox. Hallo. Kann ich mitmachen? Nein, da kannst du nicht mitmachen, weil das ist ja... Jeder hat einen eigenen Theme Park, mein Freund. Jeder kann einen eigenen Spiel, meine Freunde. The Fire Gamer Roblox. Leider nein. Weißt du, weil jeder hat seinen eigenen Park für den Spieler. Du siehst, jeder hat keinen so einen Multiplayer gegeben. Aber ich wünsche dir trotzdem noch einen schönen Tag. Danke, dass du von euch bist. Nicht so gemeint. Einfach bei dir. Nicht so gemeint. Was meinst du genau, mein Freund? Erzähl es mir. Erzähl es mir, mein Freund. So. Nein, ich glaube, der Server ist voll. Mein Freund, der Server ist voll. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Vielleicht ein anderes Mal. Dann geht es runter. Da zogen sie einen kleinen Stickerl rein. Machen wir so einen kleinen Stickerl runter, meine Freunde. Da ziehe ich mir da richtig harassmentmäßig rein, meine Freunde. Har harassmentmäßig ziehe ich mir da rein, oder? Mega nice. Okidok. Ziehe ich mir da rein, meine Freunde. Jawohl. Ich habe natürlich auch noch drehen, aber das mache ich noch bei der anderen. Achterbahn. Jetzt will ich eigentlich dann... Wow! Die geht ja wirklich rein. Dann muss ich da zuerst eine Gerode machen. Dann können wir da zuerst eine Gerode machen. Warte mal, warte mal. Ich werde das nicht mehr entfernen. Ich will eine Gerode machen. Wie nackt, die geht eh nicht. Und dann will ich da rüber ziehen, meine Freunde. Also warte mal. Machen wir aus zurück. Machen wir gerade. Ich habe eh schon gebaut. So. Dann noch einen kleinen Booster. Weil bei mir muss das immer ein bisschen mit Schmackes sein, meine Freunde. Immer ein bisschen mit Schmackes. Gutesstens aufrecht. Aufrecht rechts. Gutesstens aufrecht. So. Das wird passen. So. Dann zwirken wir uns da noch mal hoch, meine Freunde. Jetzt wirbeln uns da noch mal hoch. Ich hoffe, das geht ja so. Wenn wir das viel stehen. Dann da. Gerade, meine Freunde. Gerade. Ah, ich bin wieder zu hoch. Oh Leute. Das müsse ich dir auch noch besorgen. Warte, schauen wir, ob das rausgeht. Das geht sich gerade nicht raus. Ist das geil. Und dann. Müssten wir da rüber. Oder wir machen es einfach immer maschig so. So. Das müssen wir jetzt zuerst testen, meine Freunde. Ich kriege eine Belohnung. Ich kriege eine Belohnung. Eine Belohnung, meine Freunde. Eine Belohnung. Jetzt haben wir das jetzt zuerst testen. Testen wir das, meine Freunde. Rein. Wir schauen, wir sind wirklich von draußen an, meine Freunde. Weil ich muss auch ein Gefühl für das Bauen bekommen. Verstehst? Wenn wir das richtig. Smooth. Schlossen. Das ist ja auch wunderbar, meine Freunde. Das ist ja auch wunderbar. So. Et. Endesegment. Jawohl. Das ist ja auch wunderbar. Ha. Und jetzt muss er so richtig. Das soll da richtig eine knuckknackige Eisenbahn werden, meine Freunde. Weil ich so. So. Machen wir uns da noch. Bauen wir uns da noch. Bauen wir uns da mit Buster noch gerade. Noch gerade. Und dann ziehen wir die Ohren, meine Freunde. So. Dann müssen wir halt da harassment mäßig. So runter bauen. Das wird sich kaum ausgehen. Dann müssen wir den. Oh, 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 oh. Muss ich zuerst so bauen. Da muss ich gerade aufstecken. Dann fällt in den Ort vor. So. Und jetzt müssen wir ihm den Einschwung. Den Einschwung kriegen, meine Freunde. Den Einschwung. Und ich glaube, das müsste jetzt richtig gut gehen, meine Freunde. Wir könnten aber das dann noch mal entfernen. Und da noch so eine Neigung hinmachen. Genau. Dass wir mal ein bisschen mit der Neigung auch haben. Dass wir sagen, 40 Grad. 40 Grad Neigung. Raus. Dann auf eine Grode. Dann muss er da auf Null gehen. Dann gehen wir auf 10. Dann bauen wir das. Dann gehen wir auf 0. Dann bauen wir uns da jetzt einmal. Dann bauen wir uns da gerade raus. Dann bauen wir uns da eine Bremsele rein. Oh, zwei Bremsele. Dann sind die Massen. Und dann sind die Massen. Und dann sind die Massen. Und die Massen sind die Massen zu hoch. Meine Freunde, die sind die Massen zu hoch. Ich hoffe, das geht ja nachher raus. Oh, das ist nichts. Das heißt, wir müssen anbremsen weniger. Dann müssen wir gerade runter bauen. mit der kurzen um damit der groten weiter meine freunde zu die frage wie dort eine bremse her ich glaube nicht meine freunde alles geht sich aus und perfekt und munter meine freunde perfekt und munter cooles will liefen so meine freunde let's go wie eine ruhe aber was willst du machen meine freunde so meine freunde jetzt müssen wir das ganze im testmodus machen jetzt gehen wir raus und jetzt sind wir im testmodus wie es wirklich abgeht meine freunde haben wir unsere erste selbst einfach gebaute mit der leistung immer kurz und knackig haben wir die gebaut meine freunde wunderbar das ist wunderbar meine freunde das ist wunderbar das wunderbar meine freunde also kurz und knackig auf einen engen raum jetzt ohne engen zirka kennen ganz klar da vielleicht ein kreis aber das ist ein achterbahnbau ist einfach aber er soll der geld bringen er soll ich geld bringen so jetzt ist dann die frage zu jetzt haben wir nochmal geschlossen dann machen wir einfach zugänglich ach das passt schon meine freunde das passt schon so und dann müssen wir her schauen dann müssen wir schauen meine freunde da sind jetzt so gut bei den schauen sind wir alle gut dabei meine freunde und dann gehen wir einfach auf den weg so her perfekt perfekt dann müssen wir die jetzt geöffnet machen müssen wir uns jetzt hier zuerst machen das ist die warmeschlange das muss man so zuerst machen ich würde auch sagen da haben wollen wir auch auch wohl muss man sitzen brauchen sie auch noch gleich wo die burschen ja genau soher würde ich das dann würde ich noch schnell eine Toilette hin machen meine freunde schöne Toilette hin machen meine freunde die natürlich runtersetzen die Toilette hin machen das war also die Toiletten sind überall gleich für kostet und finden sie überall bei der Kasse Die Toiletten sind überall gleich für kostet Toiletten ist ja genau jawohl haben wir geschafft Toilette und dann muss ich mit Meilen genau und so muß ich mit Plastik muß ich mit Plastik muß ich mit Plastik Wunderbar. Dann haben wir das. Und dann werden wir der auch noch einen schönen Auswind geben. Wir können mal schauen, was jetzt da die Hauptfarbe ist. Schauen wir mal. Das ist die Farbe. Das sind die Querstreben. Oder haben wir da so ein Blau. So, Fahrzeugfarbe 1 muss ich mal ein bisschen heller sein. Fahrzeugfarbe weiß. Dann muss das. So ein Blau sein. Das muss ein weiß sein. Ha? Ha? Wow, die geht aber richtig ab. Ha? Selbst gebaut. Mega Reiß für die Freunde. Mega nice. Ha? Statistik. 28 Dollar für die Freunde. 28 Dollar. Ich weiß, ich hab gar nicht geschaut, was die gekostet hat. So. So. Oh, das steht so vor, wie es dann tot, oder? So. So. So, das fährt sich die Farbe auch. Das lässt ja immer gut. Ich muss hier mal sagen, dass ich mal gut lache. Die Ziegschenne, die Ziegschenne. Die Ziegschenne. Die Ziegschenne. Die Ziegschenne. Die Ziegschenne. Irgendwas ist da noch blau. Dann sollte das vielleicht rot sein. Das ist ein bisschen typisch amerikanisch. Das ist ein bisschen typisch amerikanisch, meine Freunde. Hahaha. So. Sehr gut. So, jetzt tät ich mal so. Das brauchen wir richtig einen fetten Strahler, meine Freundin. Fetten Strahler. Auf die Bahn, meine Freundin. Auf die Bahn. Das müssen wir doch normalerweise mit Formen hinbekommen. Ja. Jetzt lass ich mal schauen. Jetzt bräuchte ich da so richtig eine schöne Form. Bandformen. Da muss ich mich auch auseinandersetzen. Lecker marschlein. Rein. Vorne. Da. Von Qubit. So. Ja. Ja. Das müssen wir passen. So. Macht es jetzt da so. Wo bin ich gerade? Muss ein Stein sein oder was sollte es sein? Wir lassen sie mal Plastik hin. Lassen sie mal Plastik hin. So bis auf machen schönes. Weiß. Jawohl. Das passt gut. Wenn ich da schief drücke. So. Und dann kann ich hergehen. Da fangen wir rein. Da braucht er die Lampen. Die anderen brauche ich nicht. Ah, die ist alles ja so gereist. Das sieht er auch nicht. Letzig auch mein Freunds. Letzig auch da. Das muss man sagen. Ach, wo du? Ja. Ja. Na, dass wir die da so anstreuen können. Das muss man sagen. Wir machen es einfach. Wir machen es jetzt einfach. Oh Seile, Herr Müller. Jawohl. Die sind natürlich jetzt eine Beleuchtung. Diese Blinker. Die Leichtkeit muss sich ganz stark sehen. Reichweite muss sich ganz stark sehen. Vielleicht auch noch halb Sekunden auf. Ein richtiges. Ein richtiges. Ein richtiges. Ha. Ein richtiges. Romen. Ha. 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 Das müssen passen. Da hinten kann man nachher noch weitergehen meine Freunde. Das müssen wir jetzt mal schauen. Da nachher. Da. 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 Wegen weitermachen können. Ich lass jetzt dabei so bewusst so. Also die Achterbahn scheint sehr beliebt zu sein. Das ist Rocket Star. Rocket Star. Rocket Star. Das ist die. Das ist die. Storm to Rocket. Eine Sache. Rocket Star. Rocket Star. Tada. Und dann ist Rocket Star meine Freunde. Und jetzt machen wir was was wir noch niegemacht haben. Dann machen wir uns hier eine Tür. Tür. A Tür. Wir können es auch anders machen mein Freunde. Wir können es auch anders machen. Wir können es das auch anders. Wir können es auch so machen. Wir können da anklicken meine Freunde. dann kann ich mal da diese das besuchen ich mach da genau da da mach ich mal durch meine freunde dann nehmen wir nach der da da geht es nach der Tour nach raus meine freunde da ist kein Eingang meine freunde da ist kein Eingang und ob wir trotzdem noch mehr kribbeln ups so und da ist schon mal gott ist dort das ist drin das ist drin und unten machen wir das rot und das unten weiss meine freunde so perfekt so jetzt haben wir da so brauchen wir da so eine wand ich brauche da so eine wand nehmen wir mal Metall Metallwand nehmen wir meine freunde Metallwand so jetzt wird das da verkleidet meine freunde ich muss jetzt durch, gerade nicht nach außen meine freunde so 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 jetzt kommt da von mir er stundert ist das nicht so ui das passt ui das passt meine freunde das kann man auch kombinieren so 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 Ja, da kann ich noch mal zu machen meine Freunde, da kann ich noch mal zu machen. Da kann ich noch mal zu machen. Kann ich noch mal zu machen. Jetzt schauen wir das da so, jetzt schauen wir ob das da so passt meine Freunde, schauen wir ob das da so passt. Jetzt schauen wir ob das da so passt meine Freunde. Es passt, es passt meine Freunde, es passt wenn ihr seht uns die Nachbarn da auch noch. Ui, da ist ja was, schau da ist ja was, da ist ja was. Da ist ja was meine Freunde, schaut ja echt gut da, man muss das da einfach haben. Einfach jetzt da mal schauen, dass die mir ausschaut. Schaut gut aus meine Freunde, schaut echt gut aus. Wieder eine Zone, wir machen uns da vorher. Gerade jetzt einfach so, dann machen wir uns jetzt noch einen geilen Zaun meine Freunde. Richtig, einen schnischen geilen Zaun. Was wir tun haben, das ist ein hampres Zaun meine Freunde. Das passt gut. Das können wir dann später als Einfrau gucken. Jetzt gehen wir auf andere. Jetzt können wir zuerst einmal schauen, wofür Park hat die abgemacht. Das wird es mal richtig. Die fäten Kracherraketten hier oben. Müsse ich doch woanders, mein andern Park wird, müsse ich doch woanders machen. Da sicher. Da sicher, oder? Nein, das ist die Achterbahn. Das ist die Achterbahn, sicher das ist die Liga. Anders. Bzw. 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 Das ist ein bisschen glattesig. Egal, das werden wir da schon sehen. Parkinfo. So wie viel haben wir denn? 396.000 meine Freunde, die müssen wir da voll klatschen. Dass wir auf die 400.000 kommen, dass wir unsere Achtung dann richtig schön erweitern können. Das ist ja knapp da vor, meine Freunde. Jetzt lass noch mal schauen, ob das mit der Verkleidung auch noch zu ist. Jetzt lass noch mal schauen, ob das mit der Verkleidung auch noch zu ist. Wie haben wir denn da jetzt? 959. 959. 959, meine Freunde. 509. Oh, ich schaue mir mal raus. Oh, das sieht nicht so gut, ob er ein Problem sieht. Ich kann aber da die Stütze nabringen. Wir sind in der Schlauch, meine Freunde, wir sind in der Schlauch. Da kannst du was Individuelles schaffen, meine Freunde. Und die Besten der Besten, meine Freunde, die Besten der Besten, ist das geil wieder. Jetzt kann ich da die 6 nehmen, jetzt bauen wir uns da, bauen wir uns da, bauen wir uns da. Wunderbar schaut das aus, schaut richtig edel aus, meine Freunde. Dann haben wir da so ein Glas mit drin. So, jetzt müssen wir noch ein Park reingangen. Wir wissen zuerst echt nicht, wo wir da stehen, da steht nur ein Toilettenstand. Und da ist aus der Parkrad steht. Brennen 27.000, wir brauchen nicht mehr viel. Wir brauchen echt nicht mehr viel. Die würde jetzt generell so, meine Freunde. Das wäre die Donau. Einbauen, meine Freunde. Das könnte wahrscheinlich einfach rum, aber wir keine Ahnung. Aber... Wir machen es ja doch mal so. Wir machen es ja doch mal so. Kann ich sagen? Wir machen es ja so ein Lampen, meine Freunde. Wir hören uns ja so, in der Stunde. Wir hören uns ja so ein Wasserstrahl oder so. We schauen die aus, meine Freunde. Wir hören uns ja so ein Wasserstrahl oder so. Wir hören uns ja so ein Wasserstrahl oder so. Wir schauen die aus. mit Flamme meine Freunde, ah alter. Nein, ist auch nicht gut. Mal kaufen sie mal meine Freunde. So, dann können wir jetzt hier die Mieters machen meine Freunde. Dann können wir hier so... machen so ein schönes Kuppengeld meine Freunde. So, change your Mieter machen meine Freunde, change your Mieter. Da haben wir ja gar nichts meine Freunde, da haben wir ja gar nichts. So, mal probieren wir mal den da aus. Schaut jetzt einen sooo toll aus. Mal von dem Parkdeck vor. Ja, der schaut sich gut aus meine Freunde. Der schaut sich sehr gut aus. Serious Investment haben wir meine Freunde. Wir haben Serious Investment haben meine Freunde. Wir haben Serious Investment. Das ist wunderbar. Das ist wunderbar meine Freunde. Weil dann können wir jetzt hierher gehen. Dann können das da noch eins. Höher zurück. Ich würde sogar nur eins höher zurück. Das ist einfach nur eine Fassadenbude meine Freunde. Das ist einfach nur eine Fassadenbude. Das ist einfach nur eine Fassadenbude. Ehe ganz klar. Sehr schön. Dann machen wir das einmal zurück. Dann haben wir da das. Das, was ich sehe, das wäre grau. Das ist das grau. Das ist einfach nur noch. Oder was ist das nicht schlimm. Da hätte ich einfach so. Man nimmt einen da noch. Warte mal. Sechs. Dies. Da hätte ich auch nicht mehr. Man steht da noch oben drauf. So. Genau. Das sollte jetzt da der Abschluss sein. Dann haben wir gesagt. Das ist das grau da dazwischen. Nein. Das ist anders grau. Das ist nicht das für ein grau. Das ist nicht das für ein grau. Nein. Was hat denn das für ein grau? Was ist denn den oder den? Das ist ganz anders grau meine Freunde. Aber das ist egal. Können wir auch. So. 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 Dann haben wir das da. So. 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 . So. . So. . So. 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 140 gehen, wie wir am 10% runtergehen. Wie wir am 10% runtergehen. Der muss nicht weg. Jetzt müssen wir uns schauen. Wie das läuft, meine Freunde, wie das läuft. So, nehmen wir jetzt die Ich-Position. Wow! Ach, der hat den, so geil. Das ist unser Rockstar, meine Freunde, unser Rockstar. Rockstar! Jawohl, ha? Ich lass uns schauen. Okay, dann muss der in der Ausgangslage, meine Freunde. Dann muss der in der Ausgangslage, muss der ein bisschen weniger Bauer haben, meine Freunde. Muss der ein bisschen weniger Bauer haben, meine Freunde. Dann muss der hoch 90 gehen. Dann schicken wir die alle auf 90. Ja, auf 90. Dann schicken wir die nicht alle auf 90 mit. Die wird so hochgeschnallend, weil sonst sehe ich mir ja nichts. Die einen sichern sie auch nicht am Nachbargelände. Aber das ist so richtig schade. Einzig größeren Schaden. So, müssen wir schauen, meine Freunde. Gehen wir ran. Was gehts los? Wohl. Servus, grüß dich. Dann du Feli. Grüße dich. Servus. Eine wunderschöne Mordensicht, meine Freunde. Wunderberge. Hahaha. Ich hoffe, du hast gut geschlagen, meine Freunde. So, jetzt schauen wir mal, meine Freunde. Jetzt schauen wir mal, wie es da weitergeht. Hahaha. So, wunderbar. Jetzt gehts runter. Dann gehts wieder rauf. Ah, wunderbar. Sehr schön, meine Freunde. Wunderbar. So, jetzt schauen wir die Abfahrt ab. Vielleicht müssen wir es noch ein bisschen niedriger setzen. Dass wir es aus der Sichtperspektive sehen, meine Freunde. Dass wir es aus der Sichtperspektive sehen, meine Freunde. Dass wir es aus der Sichtperspektive sehen, meine Freunde. Ja, schaut geil aus. Aber ich tät so noch 10% dürfen. Dann muss er 10% dürfen, meine Freunde. Dann muss er 10% dürfen, meine Freunde. Ha, ha, ha. Wunderbar, meine Freunde. Jetzt sind es noch 10% dürfen. Dann sind wir so 80%. Bei so einer die Leute in unmittelbarer Nähe. Sie sind ja reißen und zeigen, dass da eine geile Achterbahn steht. eine Scharte sozusagen. Wenn man sagt, eine Scharte. So meine Freunde. Eine Scharte. So eine Scharte. Jetzt schauen wir uns das nochmal an. Ja. Die vertragt noch 10% weniger. Jetzt tue ich sie mal rein. Probe halber auf 50% rein. Jetzt tue ich sie mal rein. Schaut echt nice aus. Ja, das ist das neue Feuerwerk. Du musst 1 9000 kosten. Weil jetzt habe ich ihn geparkt, wird 400.000 überschritten. Jetzt möchte ich ihm da ein schönes. Jetzt sind wir da so eine ganz kleine Scharte. Achterbahn getaut. Zeig ich dir nachher noch. Also da kommst du mal rein. Jawohl. Genauso wenn wir das haben. Jawohl. Genauso wenn wir das haben. Er macht was 40%. Da ist er was für eine Wunde haben. Da machen sie eher 40%. Weil sie sind ja nicht so hoch steigen. Weil der Nachbar hat nichts davon. Und dann zeig ich dir mal Shorty. Der heißt Rockstar meine Freunde. Rockstar. Und du fehli. 40%. 40%. So jetzt schauen wir uns erst die Rekete an. So. So. Ein bisschen zurück. So. Ungefähr soll es sein. Let's go. Ah. Perfekt. 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 Also für mich perfekt meine Freunde. Für mich perfekt. So. Was hat sie schon verdient meine Freunde. Was hat sie schon verdient. Oh. 1000. Ich vergesse sie hat sie schon gehabt. Mal schauen ob sie zu billig ist meine Freunde. So. Gedanke. Ist extrem billig. Und dann rauf auf 29 meine Freunde. Hehehe. So. Dann werden wir eine Runde mitfahren meine Freunde. Dann werden wir eine Runde mitfahren meine Freunde. Dann werden wir eine Runde mitfahren meine Freunde. So. Ist eine kurze Knackshänge. Wenig Slow Motion. Also gar nichts. So meine Freunde. Ab geht's. Muss dann eine Fassade rumbauen. Ich bin gerade dabei. Mal probieren. Wow. Das schaut geil aus. Mega nice. Das schaut richtig mega nice aus. Wenn ich rein ein bisschen was will. So. Kettenzug ganz normal. Und ab jetzt. Abfahrt. Abfahrt meine Freunde. Richtig abfahren. Wow. Wow. Uhuh. Ein Shorty sozusagen. Mega nice. Mega nice. Ein richtiger Shorty. Wir können uns jetzt einmal die Dinge schauen. Die. Die. Der Betrieb. Wo steht denn das? Da steht das. Höchstempo 82. Durchschnittstempo 29. Das glaube ich. Ein Kettenabzug. Dann die Schienenlänge. 248 Meter. Die Kräfte 3,8. Ja. Es geht. Minus. Ist Minus. Wahrscheinlich. Von 3,8 auf Minus. 1,8. Ich glaube. Wachs. Wachs. Ziemlich her. Fahrzei 2,30. Ist ein Shorty. Meine Freunde. Ist ein Shorty. Ist ein mega nice Shorty. Mega nice Shorty. So. Wunderbar. So. Und jetzt brauchen wir da rein. Noch ein bisschen Affizierung. Jetzt muss man nämlich schauen meine Freunde. Gibt man da was Besiges haben meine Freunde. Gibt man da was Besiges haben meine Freunde. So ein Wasserturm. Naja. Ein Wasserturm. Schienen. Nein. Ist kein Western Style. Er hat leider nichts. Eine Metallkiste hätte er. Metallkiste. Er hätte eine Metallkiste. Dann kann ich die Metallkiste. Hier zum Beispiel. So. Dann kann ich die jetzt so machen. Ich habe mir jetzt den. Und dann kann ich mir. Da sind sie rumgezogen meine Freunde. Und dann kann ich mir die Metallkiste. Die coulischen ist dir akuttli бы meine Freunde. Kann ich mir. Da ist da eine Riesen. Metallkiste mache meine Freunde. Die gebe ich stetig. Kommen wir da. A nächste mal meine Freunde. Kann ich die vielleicht nun ein bissel raufziehen. Jawohl. Den ein bissel so reinziehen. Jawohl. Hä. nicht so gut nicht so gut ist gleich gleich man konnte es dann noch so ein bisschen mega ja mega nice aber es ist es ist ein bisschen was bis also selbst gemacht so du weißt es ja das ist ein bisschen mehr machen wir müssen bis die raketten da überdecken also bäume wollen wir waren nicht schön aber es ist ein standard das ist mit so einem Baum, so ein Baum war schön, so ein schöner Baum, so einen schönen Baum, ja das, überdeckt ein bisschen die Plakate, schade, gar nicht gut, war schön gewesen, vielleicht wusste ich, ja das ist ja schon ausgeliefert mit so einer Pappe, naja das ist die gleiche Chance, und bleibt nur mehr Steine meine Freunde, da bleibt nur mehr Steine, bleibt nur mehr Steine, und da ist ein Stein, ein Holzblock ist auch nicht, das gefällt mir überhaupt nicht, so Weihnachtsbaum gefällt mir auch nicht, was ist mit dem, boah, so ein bisschen drum, das ist auch ein Riesentrum, ups, Blumentragel, naja, ich kann da ein Fensterchen machen, das kann ich nicht erwarten, dass ich das erste Fenster mache, ich bin vorsichtig aus, ich versuche, man macht sich da so ein Fenster rein, ich mache es ein bisschen größer, so etwas, so etwas, und dann geht man auf 3, dann kann man sich da noch so ein Blumentragel rein machen, naja, geh, hör du, so, na wohl, dann kann man sich das Blumentragel da noch unterbinden, schöne Blau da, schaut gut aus, das andere sollte nachher weiß sein, nein, schaut gut aus, was hat das für ein Blau, meine Freunde, was hat das für ein Blau, das hat das Blau da, das hat das Blau da, das blau hat das da, das ist eine Neige, fahrt, ja, ist ja das gleiche Blau, wei, ich habe schon so, die machen gar nichts vor, das müssen das sein, in den Blutlern, wei, das ist genau das, dann kommt mir da, da macht man sich auch noch so eine rote Tür rein, jawohl, das ist er genau weißern, so, da schaut gut aus, wunderbar so, oder, ah, so ist ein Trappe, du bist auf jeden Falle das, ich mache einen Ausser noch vorne hin, keine Steine vielleicht, steine vielleicht, kann die Steine ja drehen, Man baut sich da so ein Schweine, kann ich die mit 6 schiften, kann man die da hochziehen. Aber, ich habe jetzt noch eine Collision, kann ich eine Requisite nehmen, z.B. ein Fass, kann man da so ein Fass drauf stellen. Warte mal, warte mal, warte mal, wenn wir das runterkommen, das Fass da herstellen, wir nehmen das mit der 6 Abilbette, kann das mit dem Tier aufstehen, na, das so geht es nicht, so, beim Fass geht es nicht, ok, geht es beim Fass nicht. Schade, das ist auch kein Problem. Nehmen wir da so ein Fass her, oder so, da so ein Fass. Da so ein Fass, da so ein Fass, da so ein Fass, da so ein Fass, da so ein Fass. Ah, das ist zu groß. Nehmen wir da so ein Tierfass, da haben wir da so ein Fass, was da schwebt. Das ist überhaupt nicht gar aus Schack. Ne, das ist ein Schwierig, meine Freunde, das ist einfach schwierig, da sind wir da, aber wir können da noch eine kleine Ball mehr einstechen. Jaaa. Ich kann ihn mal abdrehen. Das ist nicht die ideale Fass. Vielleicht so ein schüchen Baumstumpen. Das ist schon gut. Dann da noch so eine Palme rein. Dann da noch so eine Baumstumpen rein. Dann da noch so eine Baumstumpen rein, oder? Ha? Ja, mega, oder? Ha? Mega nice. Mega nice, meine Freunde. Da ist es nicht so gut. Ich finde, das ist alles auf dem Kopf, die sich kreativiert. Oder was man umsetzen kann. Ach, ist schon schön. Ups, man muss da ein Stein natürlich auch eine Farbe haben. Das ist nicht ganz klar. Man hat gesagt, bis ein paar, aber es muss ein bisschen bunt sein. Es muss ein bisschen eine Farbe rein. Ein bisschen eine Farbe rein. Ein bisschen eine Farbe muss rein, meine Freunde. Da kann man sagen, eine Rote. Jawohl, rote Steine. im baumstuf da können wir vielleicht oder so ein braun vielleicht kann man das aber sowas geben und den können wir vielleicht schon dass er schon mehr grünlich ist er ist zu hell so da haben wir eine parallele wo haben wir die parallele zwischen dem die tassenkessel haben das muster was sie vor sich was meganess ist so jetzt braucht man doch noch was schock sie gut können wir den dann noch skalieren meine Freunde, den hat es der Herr dran, drücker 6, dann können wir den noch skalieren, schau her, den können wir noch skalieren, fast den ist er da noch, so ungefähr, ha, so, okay, bestätigen, 3 raus, jawohl, ha, das schaut sich gut, der ist natürlich ein super Weißraum, nein, nicht vor Weihnachten, nein, den machen wir überhaupt einmal crazy, machen wir einfach einmal so, die zweite Farbe muss ein bisschen bunter sein, es gibt nicht so viele Farben, das macht schon ganz geil aus, die dritte Farbe, naja, das ist schon gescheiße, irgendwas, Klox irgendwie, ja, das können wir halten meine Freunde, das können wir halten, jetzt brauchen wir noch eine Lampele, eine Lampele, da brauchen wir kurz nicht ganz was Kleines meine Freunde, ich weiß nicht was Kleines, machen wir es nicht, das sind natürlich leicht, die Beleuchtung sollte ein bisschen stärker sein, Reichweite tun wir vielleicht, ja, jawohl, die Beleuchtung soll einfach sein, das ist ein schönes blau, ha, und ein schönes, ein schönes gelb, nein, schaut gerne, das ja noch, schaut echt super aus mit den Steinen, Feuerwerk ist, also mir gefällt Feuerwerk super, weißt du was ich mein, also das ist wirklich so ein Abwechslung, weil da schaukst du an, wenn es eine Flamme ist oder so, da schaukst du einfach hin, weil da rührt sich was, weil die Leute gehen nicht mehr dahin, wo sich was rührt, also ich nicht, aber normalerweise wenn ich in so ein Bach gehe, schau was ist, wenn ich so auf den Market gehe oder wo sich was rührt, dann schau ich eher, dass ich früh durchkomme und wirklich schau, aber für so etwas, da schaukst du einfach nicht, ich habe uns duscht, schnullt, etc. Da habe ich den da, da habe ich jetzt da die gelbe Farb, die sieht man gar nicht, aber der kostet 15.000, der kostet 15.000, den muss man gesehen haben, meine Freunde, vielleicht in einer blauen Farbe, da siehst du überhaupt nicht, ob sie steckt fest, ja, da musst du mehr davon setzen, von denen, weil ich tu ihn jetzt nicht weg, weil, immer mal amerikische Flagge bei dir hätte das, ja, da siehst du einfach nix, also meiner Meinung nach ist das kein gutes, ja, so geht's, das ist halt so ein Geflimsel, aber das ist auch geil, das Feuerwerk ist geil, und da vorne beim Eingang, wo auch mein Bild ist, da haben wir seitlich, haben wir so eine Sequenz, noch einen Timer plus eine Sequenz, haben wir eingebaut, also das verbunden, schau, dann kannst du eine Sequenz machen, und dann kannst du richtig das durchschnullt, schau, also, haha, das muss einfach weg sein, das schaut geil aus, das schaut geil aus, so, und das ist die Fassade, die Fassade passt, wir können sagen, dass wir da hören, wir müssen die Fassade ummelden, das müssen wir einfach nochmal, da geht jetzt eh keiner mehr durch, glaube ich, ja, da geht jetzt keiner mehr durch, das müssen wir jetzt einfach sagen, wir machen von da her, ich weiß jetzt so eine Spielerei-Parks nicht, aber schockert wahrscheinlich, wo ist sie aus, das muss man einfach so, wenn ich hätte eine tiefe Fassade, ja, die können wir lassen, und wir haben jetzt ja gestern andere Barks geschaut, und, da sind echt viele Objekte drin, und es geht relativ gut mit dem Ruckel, ja, ich habe es sehr gut, da geht es so, ich mache hier in der Barks, und ich mache es so, so ein paar Kids, ich mache es so, weil ich habe hier nicht, da geht es so, dass ich hier nicht, aber ich habe da gerade eine Zeit, da geht es so, ich habe hier nicht, dann hätten wir uns dann, Thomas wird es in den Haken Karte ersetzen. Machen wir da jetzt weiß. So, dann haben wir die Fassade fertig. Schaut dass es keine größeren Schilder gibt. Ich brauche noch so ein Ding. Dann wollen wir erstikulieren. Dass man so eine richtige Dofie hier setzt, weil es der Bon gemacht hat. Drüben mit meinem Gesicht oder mit dem Logo. Und dann schreibst du einfach rauf. Racketieren. Kommt da Thomas, wenn man vom Ding spricht. Servus, eine wunderschöne Gute Morgen. Sieht mega aus, meine. Selbstgebaute Achterbahn. Du kannst vorbeikommen, wenn du willst. Habe ich gleich im Moment noch keinen Platz frei. Selbstgebaute Achterbahn. A shorty. A shorty. Aber ich kann dir die Daten einmal zeigen, wenn du willst. Schienenlege 248. Höchsttempo 282 Meter. 229 Sekunden. Durchschnittstempo 29. Die G-Kräfte sind auch ganz interessant. Von 3,8. Aber in der 20 Sekunden auch. Ist halt ein shorty schon. 2,3 Sekunden Ride Zeit. Mega nice! Ha! Ist mega nice. Richtig ein shorty sich! Die hat mir noch ein Ding gegönnt. ein Kollisionspass für mich gekauft. Den habe ich mir gekauft. Disable Collision. Da ist mir so ein Baum, 298 Obachs, dass ich mir den Baum da größer ziehen kann. Das ist relativ interessant. Wenn du heute hergehst, dann drückst du die 6, du hast keine Chance, dann drückst du die 6 für die Bibette, dann drückst du die Shift-Taste, dann drückst du drauf. Dann hast du so ein Gebilde, das hast du es nicht. Man kann dir die Nummer ziehen, man kann es hier so größer machen und dann so dran, wie du halt willst schauen. Das ist der Vorteil. Weil so, weil die einen gestern die Gebäude gebaut haben, ich baue das mit dem Baum da habe ich das jetzt angewandt und ich habe jetzt auch die Disable Collision, dass ich den Push mit dem Baum da verbinden kann oder mit der Palme. Das ist geil, das ist wirklich geil. Also das finde ich super. Das ist der erste Schritt, was du sagst. Wow, was hat denn der da drüben, der hat einen riesen Hut. Auf jeden Fall ist das der erste Schritt, weil das ist ja rein so zum probieren schon, aber recht viel. Ah, das ist ja der Dom ist das. Das ist ja der Dom. Das ist ja der Dom du. Jetzt habe ich mir schon gedacht, die Hütten kennen, aber das ist so groß. Die ist so groß, die Hütten. Wollen wir gleich umschauen. Jetzt müssen wir gleich umschauen. Also nicht geladen, weil die Likes nicht da sind. Warten wir noch ein bisschen, meine Freunde. Mach ein bisschen Eigenwerbung. Ja Leute, heute am Start, wir sind mit. Heute live on Twitch, meine Friends. So, wir können jetzt schauen. Jetzt seht ihr auch noch. Ja, das bin ich. Jawohl, yeah. Aber ich kann keine Dingo spielen, keine Musikinstrumente. So. Wunderbar, wurde es geladen. Ja, 50 Likes, oder? Jawohl, sehr gut. Wunderbar, er ist da. Mega nice. Leute, mega nice. Sonst, man kann nicht schauen. Wo ist er denn jetzt hier? Da ist er. Oh, da hat er jetzt seine neuen Fressbutten. Wunderbar. Aber es liegt überall noch Schmutz rum. Das ist ja noch zu weit so ein Mullküppel. Einen Tischchen abreißen und zwei Mullküppel hinstellen. Ich glaube, das ist ja noch lieber. Das sind Schmutz. Gäste sind, wie sagt man da? Ja, ja. Die Spreinbäume umeinander. Die Spreinbäume umeinander werden so. Das hat die Egalnein, meine Freunde. Das hat die Egalnein. Du musst einfach da ein paar Mullküppeln setzen. Oder du magst den Bodenwäscher. Was ist, startet heute ein City-Chat? Was sagt ein City-Chat? Geht heute City-Chat? Kein Scherone? Hast du eh genug? Gut. Da haben wir ja ein Ding bauen. City-Chat. 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 Oder später. Kann auch sein, später. Dann baue ich dabei weiter. Wenn du später machst, dann baue ich dabei weiter. Ich muss ja meine Community, wo ich bin. Ich weiß, er hat schon was schon. Aber die Leute wollen ja Content sehen. Content. Nein, die Leute wollen nur unterhalten werden. Einen guten Witz. Sie wollen jetzt einfach, dass man ein bisschen ein toller Hans-Zack. Okay, dann baue ich später. Ok-Doc. 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 So. Und dann gehe ich dabei ume bauen, meine Freunde. Hochprofessionell. Ich gehe ume bauen. Dann gehe ich ume bauen. Weil sein Park, sein Moza-Strecken, sein Team kenn ich schon. Oft genug gefahren. So. Aber. Ah, nicht schlecht. Meinig ist es mehr so wie ein Kinderland. Also. Oder ich nehm so einfach. Ich würde ja da kaum machen. Nein, ich denke nichts. Das wollte ich. Das. Ich muss den Park umlegen. Ja, Park der Laune passt einfach schon. Was soll man denn das Land? Park der Farben? Nein, Park. Nein, ich weiß nicht. Ich muss mir noch einen guten Abend nicht verlassen. Das muss auf jeden Fall auch noch umgebaut. Das wollte ich schon seit Anfang umgeben haben, meine Freunde. Was sieht es bei mir? Lila. Gelb. Alles ist bei mir dabei. Alles. Grün. Rosa. Alles. Servus. Mein Freund der Berge. Mein Freund aus Russland. Edler. Russe. Oder du meinst ein Fisch. Ein Russ. Das kann natürlich heißen. Aber bitte keine. Keine politischen, rassistischen, etc. Bitte. Bitte nicht. Das ist nicht schön. Also. Wo es man privat hält, das ist eine andere Sache. Aber. Das ist ein öffentlicher Raum, meine Freunde. Und. Ja. So. Also. Rocket. Ich brauche da einfach da noch. Dankeschön, Melatschi. Dankeschön. Danke. Wow. Wow. Gute. Gute. Das ist aber viel. Das ist aber viel. Das ist aber viel. von Melatschik. Melatschik heißt. Slowakisch. Pussy. Ah. Mega. Brutal. Wie schneidet ihr so viel auf? Ist einfach mega meine Freunde. Aber ich muss ein bisschen später essen. Es geht einfach nicht mal. Ich hab mir dann letztens bei den Wach gekauft. Ich hab mir dann letztens bei den Wach gekauft. Mega. Cool. Wow. Geschmacklich. Ein Träbier, mein Freund. Ein Träbier. So. Jetzt müssen wir das Ganze noch ein bisschen einfahren. Meine Freunde. Jetzt müssen wir das Ganze noch ein bisschen einfahren. Ich weiß nicht, wie wir das einfahren. Wir müssen zuerst sagen, wir könnten das alles malen. Malen so. Weiß. Ich hätte gerne weiß mit Beton. Das ist ganz einfach so. Ab Beton. Da haben wir ab Beton. So. So. Machen oben. Weiß. Machen wir noch mal durch. So. Weiß. So. Okay. Wir brauchen einfach mal wirkt meine freunde dann brauchen wirkt so wenig licht was wir brauchen daher noch hat er mal ich glaube ich brauche einfach längere plattform das ist dieser weg haben wir nicht alles meine freunde das haben wir nicht alles pyramide jetzt brauche ich das nicht so was ich bin ich schaue ich schaue ich schaue es ist so so eine kugel gefahren machen wenn wir so mal bauen und so ein rom das kann man dadurch verkleiden oh gott das falsche farbe einmal haben wir es gebaut dass man so geht jetzt warte einmal das braun will ich haben das ist das braun da das braun ist das da und ich will da auf der flach gehen kann ich sagen das braun ist das da nein das ist nicht das braun scheiße das braun ist das da meine freunde das ist das braun von vorletzter mal schauen das ist das jawohl sehr geil dann können wir uns da einfach jetzt einen scheinwerfer nachplatschen also mal schauen meine freunde also mal schauen einen scheinwerfer wo haben wir denn einen scheinwerfer wo haben wir denn den scheinwerfer scheinwerfer da ist der scheinwerfer einfach so wir können uns jetzt einfach da so jetzt können wir uns einfach jetzt mal ein tu her schicken so dann machen wir noch sechs so dann machen wir noch sechs so dann machen sie auch da rüber da ein scheinwerfer und dann machen wir so das ist cool können wir natürlich nachher noch verzieren wenn wir wollen die farben dazu ein weiß passt wenn ich eh ganz gut muss eine Dauerbeleuchtung sein ein schönes rosa vielleicht oder ein anderes schönes rosa meine freunde so und ein schönes gelb dazu oder ein grün grün man müsse aber mehr beleuchtung haben wir noch fällt ich sehe das ich sehe das ich sehe das da fern zieren als anbau sozusagen verstehst als anbau glaubt ja jeder sofort dass das anbau ist schau ha jetzt würde mich gerade nicht interessieren ob ich da was unter die Decke hängen warte mal ob ich da noch was unter die Decke hängen das geht das geht meine freunde okay volle beschallung ich bin gleich dumme meine freunde das geht sogar das geht sogar wenn ich das ist dann nicht mehr warte mal das ist der weg da können wir das dann nehmen dann haben wir da ein anbau ja auch jawohl dann haben wir jetzt ein Licht ein gescheites Licht verstehst du jetzt haben wir ein richtiges Licht was stabiles verstehst du was stabiles ja das ist ja gut jawohl das sieht richtig gut aus aber richtig vielleicht können wir da noch ein bisschen die Aure die Reichweite ist jetzt vielleicht jetzt machen wir 40 die Stärke machen wir auf 2 2,5 Jawohl Nicht alle Wir können auch so 2,5 Rechweite 30 Ja, jetzt können wir uns da reinstellen Weil wir es brauchen So schaut es einfach hochprofessionell aus Hochprofessionell Hochprofessionell Wir können hier einfach hergehen Wenn ich will Warte mal, ist das jetzt das Richtige Kann man da noch so ein Tier auch bauen Wenn ich will Ist das geil meine Freunde Da können wir so ein Tier herklatschen Aber ich nehme jetzt so normale Tier Wow, scheiße 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 Jetzt haben wir ein Tier Normale Tier Und dann mache ich einfach ein normaler Tier Dann wissen wir Das ist die Eingangstier meine Freunde Dass das nicht so schön ausschaut Schauen wir das da so So machen Schauen wir das da so So Da können wir so nachher So ein Glossfenster oder was können wir uns dann allein lassen Oder so ein richtig geiles Hahaha Da haben wir ein Gloss Da haben wir eine Glosscheibe meine Freunde Die ist mittig Die geht nicht So Das Gloss können wir vielleicht noch tönen meine Freunde Da können wir noch ganz leicht tönen Da können wir noch ganz leicht tönen Ein ganz ein leichten Da können wir jede einzelne Scheibe tönen Das ist ja geil Die können wir als Candyland machen Candyland Candyland Wie gerne So So Ups 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 Es geht in jedem Ding Wer hat das mit der Auswirkung Ups 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 Lass uns trotzdem mit einem Weiß Markus der Donut zur Verzierung hergehe, was du sagst, dass wir da mal ein bisschen was, den haben meine Freunde, da mal ein bisschen so Efei hee da, man kann so, es ist so keine besondere eigentliche, aber du siehst einfach, das Gebäude ist schon länger nicht mitgeblieben, hat ein Efei, ist mega, oder? Ha? Efei liebe ich ja, dann müssen wir schauen, was das ist noch gibt, außer Efei. Das ist ein stumpfes Feuer, das ist ein stumpfes Feuer, Logarfire, was haben wir denn da, es gibt nicht so viel, es gibt nicht so viel, da haben wir andere, einen Button haben wir noch, die habe ich schon ausgetestet, einen Leiter gab es noch, ein Leiter, ein Leiter war ja ganz was Geils, Fassadenleiter, da gab es eine Fassadenleiter, was ist das? Aha, weiß nicht was das ist, weiß nicht, ich weiß es nicht, so, wenn wir es nicht weiß, weiß wir es nicht, das sieht gar nicht aus, jawohl, wir könnten jetzt hergehen mit der 6, warte mal, 6, passt ja aus, jetzt könnten wir uns das rüberziehen, nicht so, wenn wir das fixiert haben, müssen wir schauen, warte mal, müssen wir schauen mit der 6, 6, shift pipette, keys confirm, no snapping, genau, no snapping können wir machen, ah, was ist geil, ist das geil, ist das geil, ist das richtig geil, das ist ein viertel snapping, ein viertel snapping ist auch geil, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, das ist geil, jetzt wird es richtig geil, um das jetzt umgezählen, ha, schade, 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 ironiker ist da nicht noch so, wo müssen wir, ein Achtel snapping wäre vielleicht geil, 0,8, ich weiß nicht, probieren wir es aus, das ist gar nichts, schade, da muss ich ein bisschen spielen, meine Frage, macht man noch snapping, das ist noch, das ist noch, das kann man, das confirmieren, so, geil aus, mein Freund, das schaut geil aus, aber das brauche ich jetzt, aber wir wissen jetzt, dass dies geht auch da nicht mehr andere later brachte schon wo haben wir in der leiter meine freunde die suche leider sich ja brutal haben wir das über einmal das ist ja ganz geil dazu nehmen die leute die leute das ist unsere arbeitsdetektion leute das ist ein öffentlicher betrieb können wir so das ist gut das ist gut dann haben wir da mülltonnen da kannst du jetzt einen wahn aufführen mit den es war eine dachter wenn es grobax ja aber die rober sind teuer und jetzt kriegst du mir für zehn euro 800 rober ich weiß nicht war das frühe auch schon so aber ich glaube es ist teuer aber jetzt ist es nicht mehr billig so haben wir jetzt das und das dann brauchen wir jetzt irgendwas mit der verzerrung meine freunde auch was anderes wir können jetzt ja alles das soll sich gut nicht schauen da muss ich mich echt herum spielen da muss ich mich echt herum spielen das soll sich gut nicht schauen ich habe doch so Edges heute auch noch gesehen gell so Häusern Edges er wird, dass ich gar nicht mehr gleich wieder hier meine Freunde, gleich wieder hier so meine Freunde, gleich gibt es weiter und du hast von euch zum Start du kommst in den Basketball mega gratulieren und und so da ich hab sie gemacht so da 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 genau hier direkt rein nötig da das ihr weißt schon was der Bach braucht nötig nötig da nötig ja das passt jetzt nicht so gut so oder warte mal bauen es da das ist ein bisschen geschmack geschmack so und jetzt können wir ja was habe ich gesagt Neonröhren, genau Neonröhren brauche ich brauche jetzt mehr Licht das gibt es in verschiedenen Formen meine Freunde das gibt es in verschiedenen Formen das sollte man vielleicht so ausprobieren da kann ich mal schauen das steht noch so raus wahnsinnig das gefällt mir nicht so wir können noch mal auf wir können noch mal auf geht noch was auf bitte das bringe ich da nicht drauf das ist schade das ist kein Problem das ist gar kein Problem meine Freunde das bin wieder rausgegangen ich bin wieder rausgegangen mega neuer Freunde so das bringe ich meine Freunde das müssen wir einfach testen probieren machen schau Laterne was ist denn das buch Lichtkugel kann man das Lichtkugel kann man das Lichtkugel da gab es gar nicht mehr Auto hey jetzt habe ich mir habe zuerst eine Suppe die mache warte mal wo war Wenn ich da... Ich wache halt nicht so ein Stück. Jetzt warten wir mal so ein Stück. Ich muss das da jetzt mal so machen. So, warte mal schauen. Das muss man grad nicht schauen. Auto. Aber super, ich hoffe das geht. Ah scheiße. Jawohl, das geht so. Ich hoffe das geht so, wenn wir das füssten meine Freunde. Jetzt sieht das hier mit 8 Lösch. Ja, das schaut geil aus. Das schaut geil aus meine Freunde. Das muss einfach... Das brauchen, das ist da unten. Das ist da unten. Das ist da unten. freundlich besonders du bist wunderbar das ist das heilig dass ich noch selber in der hälfte scheinbar plastik oder metall machen mit einem jetzt passt es ist geil was ist jetzt wenn ich das schiff wieder hingehen Ich habe es nicht mehr zu verletzten, wie ich gesagt habe, ich habe es nicht mehr zu verletzten. Okay, dann machen wir das nicht eigentlich. Ich glaube, ich kann gleich nicht fahren. Das ist ja fast. Ah, wunderbar. Wunderbar hat das so. Das ist ja mega. Ja, wir kommen da eigentlich nachdrücklich rein. Gar nicht mehr, gell? Nachdrücklich kommst du gar nicht mehr rein, gell? Maler-Tool, Gelände-Tool. Szenario. Ah, ja, das ist noch das. Um ein paar Totoren zu schauen, das schaut gerne mega aus. Das sieht mega aus. Da bauen wir noch Eva hin. Da bauen wir noch Eva hin. Da bauen wir noch Eva hin. Jawohl. Boah, ist schon so geil aus. Ist schon so geil aus, wenn du alles schön gut machen. Wie viel hat eigentlich meine Achterbahn jetzt schon? 4.000. Wunderbar. Wunderbar. Wunderbar, meine Freunde. So. So. Jetzt haben wir gesagt, müssen wir ja die Achterbahn da einfärben. Mit der Brände. Wir wollten sie ja. Metall haben wir gesagt, gell? Metall wollten wir ja. Metallblatt. So. So wollten sie ja. So wollten sie ja. Und sie ist halt dann nur die Frage, wie das das da genauso trifft. Aber alles geht. Ich mach jetzt ein bissel auch fein Gefühl. Mach uns zuerst immer alles. Alles weiß, meine Freunde. grundierungsfarbe obwohl ich glaube es ist genau auf der pinselspitze glaube ich das wird die seife haben wir nicht so ist aber weiß weiß grundiert meine freundin weiß plant jetzt muss dann noch weiß dass meine fassade sie ganz klar das mit den schildern das gefällt mir überhaupt das gefällt mir aber momentan habe ich nichts besseres zur auswahl muss man das am besten durch die schilder weg können das ist glaube ich das beste wenn ich die schilder da weiß ich kann darunter schild macht dieses gläub ist ja es verschandelt einfach die ganze fassade man hat es jetzt gesehen und mir geben gescheiter dass er recht besitzt das ist mir zogen wir machen jetzt dies da so Machen wir das jetzt da so, jawohl, dann haben wir da noch das E-Fall dabei, perfekt, dann brauchen wir da noch das andere LKW, einen LKW brauche ich da noch mal eine Gründe, jetzt setzen wir uns da her, jetzt sehe ich es können wir ihn verschieren, so ziehen wir uns zuerst auf, ziehen wir uns um, ziehen wir uns vor, machen ganz ein leichter Schräge, das ist ein 3D-Programm in einem, das ist schon Wahnsinn, wie mächtig das Spiel eigentlich ist, das machen wir einfach so, jetzt sehen wir das da so rüber, ein bisschen vor, das ist ja normal, für Jugendliche oder für Kinder gedacht, ja, das ist ja das so, das ist ja so, das ist so, okay, dann fern, ja weg, den schmiß, und dann meine Freunde, dann soll man denen noch eine Fahrt geben, dann soll ich da natürlich das weiß haben meine Freunde, super weiß und da soll ist blau. Aber das ist jetzt auch blau. Wunderbar. Jetzt war da die Sonne gegangen. Man kann das natürlich auch nicht so schräg in die Wand machen, aber das gefällt mir jetzt nicht so. Das ist schon richtig geil aus. Das ist schon richtig geil aus. Der Dom ist glaube ich beim Bauern, oder? Ist der Dom beim Bauern? 44, 51, 52, 73. Ich glaube, er ist beim Bauern. Ich glaube, er ist beim Bauern. Schau mal, jetzt ist es ein bisschen los, aber ich glaube, er ist beim Bauern. So, jetzt haben wir eine coole. Wauw, es kommt nicht kurz. Es kommt nicht kurz, so. Wauw, es kommt nicht kurz los. Jetzt haben wir noch einen zum Beispiel. Ich habe nicht gewöhnt. Hm. Aha. Darum. Verstehe, dafür brauchst du den Collision Pass, du brauchst 208 Robux, ja, aber es ist wert, also, definitiv, weil, so geil aus, weil das, weil das springt, geil, schaut das aus. Ist ja richtig geil, also, ist ja jetzt die Frage, soll ich jetzt da beläuchten, ok, könnte hinten ein bisschen mehr beläuchten, wenn ich ziehe, punkte, muss richtig präne, meine Freunde, du musst richtig präne. Burschinski, so, also Fassade steht. Was, da ist so, ich kann mich nur noch malen, ich kann noch mal weiss auswählen, mit dem Arsch. Was geht gar nicht? Was geht gar nicht? Ok. Was ist wirklich da? Was geht gar nicht mehr? So. So. Was ist da mit der Folge, was das ist? Fangen wir aus. Oh, das müsste er so passen. Genau, da muss ich auch noch malen. Da muss ich auch noch malen. Burschinski. Burschinski, da muss ich auch noch malen. Was war das? Das war das weißeste Weiß? Soll der mal so ein Grau-Weiß sein, meine Freunde? So. Dann haben wir das da. Jetzt noch mal an die Pinselspitze. Oh, wunderbar meine Freunde. Jetzt schauen wir uns das mal im Sitz an, meine Freunde. Schauen wir uns das mal im Sitz an, meine Freunde. Schauen wir uns das mal im Sitz an. Wir machen mal F. Machen wir uns das mal raus, das zu. Jetzt fahren wir mal eine Runde durch den Park. Wir fahren mal eine Runde durch den Park, meine Freunde. also das da drüben ist eine fertige silberne achterbahn das ist nicht schlecht die wilde maus ist auch eine fertige aber brutal mega bis davor mit mir die als absolut mega so die schienengänger zu meine freunde jetzt darüber jetzt darum der schönen achterbahn als okay muss man einfach so ist mega geil meine freunde kurz re-life meine freunde wieder am ort des geschehens meine freunde so will ich heute das hat man drückt heute wieder hart frauen haben immer fragen frage der frage der frage so aber habe ich gute frau so meine freunde jetzt weiter so fassade steht die datt so das lassen wir jetzt das weiß mit blauen akzenten mehr habe ich nicht zur auswahl momentan und ja selbstgemachte eisenbahn achterbahn mega nice mein freund mega nice so so es wird man zu einem anderen es wäre natürlich laufender weiter das ist schon hochwerts momentan ist mein brain afk so es ist halt so ich soll jetzt sagen da könnte vielleicht noch ein bisschen da geht nachher noch ein weg um meine freunde denn könnte man schon mal viel bauen und so geht nachher schon mal weg um und so geht schon mal weg um könnte man da vielleicht schon einen kleinen zahn oder was müsste das denn normalerweise ausgehen den zäunen so machen das geht so nicht aus das ist auch egal wir gehen uns halt hier vorbei dann können wir zumindest das hier schon wir brauchen uns ja was dann können wir zumindest hier drei Banker her machen und wir können uns hierher ein paar Mullkribbel hinsetzen Mullkribbel sind ganz wichtig in dem Spiel wir können den Weg natürlich auch gleich von mir wenn wir wollen würden weil machen wir hinten eine Fressbude haben wir eine freunde eine gute Fressbude was bauen wir denn hin Slashe Zuckerwatte 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 Zucker 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 Zuckerwatte ich glaube sie haben wir gell sie haben wir ja sie haben wir so ein bisschen sie ist ein idealer Preis und dann haben wir dann eine Zuckerwatte und und was kann man da her bauen man weiß es nicht noch ein Requisitor irgendwas was duscht und schnallt vielleicht noch was duscht und schnallt vielleicht noch was duscht und schnallt vielleicht noch dass man sagt ich stehe ja komplett auf Feuerwerk meine Freunde und man sagt das ist ja ein riesen geiles rosenes Feuerwerk meine Freunde und das Single-Color das kann ein Random-Color sein die Primere Power ist ungefähr 60 und die Detonation Power ist ungefähr 260 das schauen wir uns jetzt einfach an meine Freunde dann können wir da reingehen aussehen dann können wir das adden dann müssen wir uns anschauen dann können wir noch was drüber setzen meine Freunde da fangen wir aus das Maragde ja wunderbar dann können wir uns da noch ein schönes rosenes Maragde können wir uns da hinsetzen ha wunderbar also der No-Collision-Mod der ist unbedingt 238 Robax meine Freunde ich krieg davon nichts ich mach auch keine Werbung dafür aber nur mein Persönliches zahlt sich unbedingt aus das Bound ist erheblich leichter weißt du schon weil sonst überall die Raketen die da in den Summen stehen und das stört irgendwer und die anderen haben ja das auch eingebaut weder sie haben irgendwo so ein ganzes Raketen stehen wo es die ganzen alles anfeuern in einer Reihe und glied bis sie dort eingeprogrammiert haben oder sie haben sie irgendwo versteckt und verkleidet verstehst und das ist einfach das Megane also das ist auch gar geil also der Mann der jetzt wenn einer vorbeigeht ah der Weichen müsste ja rocken jetzt muss man doch schauen wie da jetzt die rocken das er geht meine Freunde ROCKETBAUER könnt ihr das ROCKETBAUER da ist in meiner Ecke wir haben so hart reingesuchtet schon und dieses Spiel meine Freunde schon richtig hart reingesuchtet so ein Feuerwerk gehört meiner Meinung nach so ein Feuerwerk gehört meiner Meinung nach so ein paar Zeichel die Ames haben das nicht überall aber die haben das die Deutschen glaube ich weniger die haben nur so eine Öffnung wie die das Deutsche hat eine Beendung aber früher weiß ich das nicht so ein Feuerwerk das ist halt so ein Feuerwerk das heißt halt ein Feuer und ein Werk dazu du versuchst dein Werk deine Arbeit willst du Pidonen verstehst du also hahaha nie gerne so nie gerne so nie gerne so ja wohl sehr schön ja bloß ich hinweg so jetzt schauen wir mal jetzt schauen wir mal wow wie hat er so wie hat er so wie hat er so das Feuerwerk auf 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 30 sitzen wir es auf 30 auf schau wir es uns noch hin wir kehren uns jetzt einfach da aus schau dann sehe ich mal ob er hoch der Steig dann schau wir es uns an von der Linie aus schauen wir es uns an von der Linie aus schauen wir es uns an von der Linie aus dabei ziehen wir noch eine Neckeche jetzt ziehen wir noch eine Neckeche ah jetzt sind die Tiere deppert aufgeschnitten so jetzt auf hoch bei bei momenten september wären Cover jawohl genau so gehört sie das genau so gehört sie das nur der nachlass der nachschneidzer der sieht einfach noch was muss einfach 400 prozent er muss richtig was geht damit 255 ist maximal mach auf 35 schellprojektile time terity power was ist denn terity power tertiary power machen wir das mal dreißig mal schauen wir uns da wie es da schnitzt also mal schauen wir uns da schnitzt das ist ein neueschen das ist ein wahnsinn so hat ja mal die nächsten folge wieder meine freunde so du geht es los meine freunde du bist los so klingt dann aber wieder mal mit von wie er sich was dort geht let's go ja wehrow ich hab mir einer gesehen und da geht es los man muss halt testen nicht jetzt ja hh war es ist es ist richtig warm den boston das ist aber ein halber geschehen gemacht das wunderbar vielleicht hat man darüber einmal dass wir so dass man so ja machen doch ein bisschen das bonte bringen meine freunde das bonte das bonte meine freunde dass man da ein bisschen was er konnte ein bisserl jeder mal viel sondern nur ein bisserl hat es bezahlt dass man zauber das ist jetzt gleich das ist uns jetzt gleich eine freunde schock sich recht gut ja wohl dann ist ein bisschen ein bisschen ein bisschen ein bisschen ein bisschen ein bisschen ein kontrast alles richtig dass ich die tschette doch mal von der liebsten an den mann ureißen und reinbauen naja so geil ist naja so geil ist meine freunde ja so geil ist so geil ist dass man den donau raus davon lassen du musst aber die zwei kaufen kann du musst die donau station wir müssen den komplett reinbauen die drei Jetzt gehen wir mal, fangen wir mal mit dem Auto da hoch, kriegen wir mal weiter, da kriegen wir gar kein Auto, da kriegen wir gar kein Auto mehr, das ist schade, das ist echt schade, wenn sie genug auch geworfen haben, wo ist er dabei, 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 wo hat er jetzt gekommen, die Ad NIcein, er hat einen, ups er hat ja einen Very Man aufbaut, genau, Man aufbaut, einen would er mir strengths, aufbaut und watt一個 Hauptbahnhof, guten Hauptbahnhof, hat er gebaut, eine Freude wira nacht, Wow, da ist der Überdacher. Da ist ja viel drauf, Alter. Kann man nicht sterben da, wenn man nicht sterben da. Ich hab da eins, Bahnsteig eins, Bahnsteig jetzt. Da ist er, ja, Hauptbahnhof, wenn du jetzt wie ein Logel oder Innsbruck hochkommst oder Kufstadt hochkommst, das schaut aus wie ein Regionalzug von Kufstadt nach Innsbruck. Für ein Bahnsteigsburgleis 1 ab, bitte Vorsicht, Tür und schließen automatisch. Regionalzug von Innsbruck nach Würgel. Für ein Bahnsteigsburgleis 1 ab, bitte Vorsicht, Tür und schließen automatisch. So, früher, viel gehört. Hier kommen die Bahnsteige. Ah, ich hab's gesehen, ich hab's gesehen, ich hab's gesehen. Ich hab ja früher viel mit Zug von Kufstadt wirklich, das war ja früher. Wow, da geht's hoch. Da geht's hoch, schau, da kannst du auch der Unterirdische Ding. Hahaha, kommst direkt rein, also geh finkelt. Geh finkelt. Geh finkelt, meine Freunde, das ist ja gefinkelt. Ja, so wie es Original ist, er ist ja ein originalgetreuer Nachbauer, auch in verschiedenen Projekten. Diese Monza-Strecke da zum Beispiel, wunderbar gebaut. Wenn man sich von oben anschaut, ich muss da runter, ich muss da runter, ich muss da runter, runter. Also sicht, also so ungefähr, schaut Monza aus, meine Freunde. Kreativer Kopf, muss man einfach so, meine Freunde. So, wunderbar, wo geht's ja noch drunter, da wird's egal. Aber, genauso macht er es mit den Bahnsteigen, oder mit seiner U-Bahn, oder mit seinem Spiel, den U-Bahn-Simulator auf Roblox. Oh, da haben sie gespielt, da haben sie gespielt. Oh, da haben sie gespielt. Oh, da haben sie auch hin gespielt. Alles fangen zu wirten, je mehr Gäste, desto mehr fangen die Leute an. Die U-Bahn erinnert stark an Wien. In Wien war ich schon lange nicht mehr, aber gibt's ja das noch von Kaiser Franz Josef, das weiß ich nicht, wo es grün-weiß ist. Ich stammte ja noch von Kaiser Franz Josef, ja. Sofern ist das noch so in der Richtung nicht bestimmt. Die Wiener sind ja stolz, man lässt sich eine Kultur, wo sie wirklich haben. Und da haben sie so Silberpfeile, wie sie es halt alle nennen können, da bin ich nicht am Laufwetten. Aber, ja, er ist fleißig anbauen. Wir lassen ihn weiterbauen, meine Freunde, wir lassen ihn weiterbauen. Leiderbauen! So, er hat schon 50 Leute gespielt. Ist ja für seinen Park wohlverdient, meine Freunde. Hat er das Kettenkarussell gehabt, weil das jetzt noch nicht gesehen hat. Mal schauen, was hat er jetzt da gehabt. Ja, das müssen sie dir auch noch bauen. Was hat er da gebaut? Das müssen sie dir auch noch bauen. Was hat er doch? Kettenkarussell hat er. Das brauche ich. Wo habe ich denn das Kettenkarussell? Das brauche ich. Ich liebe Kettenkarussell. Kettenkarussell gebaut. Achtung, Kettenkarussell. Mal schauen, wo das ist. Mal schauen, wo das ist Kettenkarussell, meine Freunde. Kettenkarussell. Wo haben wir denn das? Da, Kettenkarussell. Das ist mir jetzt sofort bauen, meine Freunde. Was ist das? Wir haben jetzt so einen super Eingangsbereich. Also soweit so gut, mein Park. Also jeder gefällt seinem Park am besten an mich, wenn da meine gerne mal ist. Also die Blumen müssen auch schön schön gemacht werden. So, jetzt können wir so, meine Freunde. Meine Freunde, dass diese Attraktion hat uns eingebracht. 94.000. Wir sagen Dankeschön, meine Freunde. Dankeschön. Aber es ist geschlossen. Und wir löschen ihn mit 8. Weg, meine Freunde. Haben wir gelöscht? Bestätigen. Wir haben ihn gelöscht. Wir haben ihn gelöscht. So, da hat die letzte Runde, meine Freunde. Die letzte Runde geht. Geschlossen. Er hat uns eingebracht. 94.000. Sehr schön. Wunderbar. Wir löschen das. Ist das gegangen? Es geht gegangen. So, dann machen wir das jetzt alles weg. 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 Jetzt können wir alles nochmal neu machen. Ich finde da ist kein Problem. So. Das ist die D-Tasse. Jetzt brauchen wir da natürlich ein bisschen an Blut. Tschuck. Tschuck. So. Tschuck. Dann können wir es tun. Da werden noch eine Mulkeblumen klauen. So, das kann ich auch wegnehmen. Das kann ich auch wegnehmen. Das kann ich auch wegnehmen. Das kann ich auch wegnehmen, meine Freunde. So. Das muss man gerade nicht schauen. Ich muss zuerst noch ein Ding positionieren. Eine Mulkeblumen. Weil ich kenne die Leute ganz genau. Wir sparen sie irgendwo hin. So. Intensive Fahrgeschäfte. Wir brauchen ein Kettenkarusel. Wo haben wir denn das? Das kostet uns 31.000. Wow. Das passt nicht einmal rein. Das passt nicht einmal rein, meine Freunde. Das ist absoluter Schmutz. Absoluter Schmutz. Da hinten wir irgendwo eine D-Tasse. Oder wo haben wir da? Haben wir noch eine D-Tasse. Die hat uns eingebracht, meine Freunde. Führerfest da ist geil. Geschlossene, meine Freunde. Aussteigen. Aussteigen. Die muss jetzt weg. Bestätigen. Weg. 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 auch wurscht. So, und nachher machen wir jetzt intensive Fahrgeschäfte in die Freunde. Wo ist denn das Kettenkarussel? Kriegen wir das neu? Das kriegen wir nicht einmal neu, weil das so ein Riesenteil ist. Wir müssen die ganzen Fressbunden und alles noch abreißen. Das ist echt traurig. Ja, ich muss was anderes hier bauen. Aber Kettenkarussel bauen wir auf jeden Fall. Ah, was ist das? Rottertrop. Wo ist es gebaut? Wo ist es gebaut? Was ist das? Oh, siehst du? Rottertrop haben wir nicht gebaut, gell? Nein, haben wir nicht gebaut. Ah, das ist fertig. Das ist ein Rottertrop. Ah, der Rottertrop ist gerade echt, dass wir so mal bauen, sind wir auch so her. Genau, wir bauen uns sind auch so her, meine Freunde. Dann sind wir jetzt da. So her bauen. So, dann haben wir das da. So. Dann können wir das dann ausmalen. Das ist, das ist Plastik. Mal schauen, das ist Plastik. Mal schauen, das ist Plastik. so haben wir das gemacht meine freunde können wir diese öffnen dass wir so mit den form ein bisschen runter so muss sie mir meine freunde sehr gut wir können uns da noch so angeboten das gute meine freunde die können wir uns da umbauen Dann können wir uns weglöschen. So, sieben. Sieben meine Freunde. Sehr gut. Dann können wir uns da so... Sehr gut. Dann haben wir da noch Verreißboden meine Freunde. Das könnte richtig Kohle bringen meine Freunde. Dann können wir so am Grund auf sieben. Sieben meine Freunde. Da die Sumpa muss da auch nach der Toilette her. Die Toilette. Wenn sie eine brauchen würden meine Freunde, dann haben sie es. Und sonst nein meine Freunde. Sonst nein. Let's go. Let's go. So. So. Und da die Sumpa brauchen wir da noch. Dann brauchen wir uns besitzen. So und da haben wir noch Müll gekriegt. Da haben wir genug Müll gekriegt. Und da die Sumpa, da, da, da. So noch dazu. Dann machen wir jetzt einfach einen guten Platz. So machen wir das meine Freunde. Jawohl. Dann können wir uns den. Dann härter. Dann können wir uns da 8 durchgehen. So. Dann können wir uns da den nehmen. So. Dann können wir uns das da vielleicht ein bissel. We brauchen das, wenn wir uns da jetzt... Jetzt können wir uns das machen, wenn wir uns da lustig sein meine Freunde. Wir haben beide, das is ja... Ja. Jetzt können wir uns das machen, wenn wir uns das machen, wenn wir uns da lustig sein, meine Freunde. Wir haben uns da lustig sein. Ja, meine Freunde können wir das machen, wir haben alles zu sehen. Wir schauen, was wir nehmen uns die Schnamen, wir werden wir jetzt nur die Händeen, wir werden uns die Händeen an. Das ist ein Schau. Na, ist der Blick recht. Na, ist der Blick dicht. Dann muss ich mal. Das ist ein Schau. dann machen wir uns so eine so eine machen wir uns eine fremde da steht mir das kleinere fremde jetzt haben wir diese und random color 35 30 20 so passt da machen wir ja und das grün vielleicht zu uns. Random Colour. Ich sitte reisig. Ah, die sind da noch anders. Okay, ich sitte auf 1,5, oder warte mal wieder zu 1,5. Und dann noch sieg noch eine Folge, auf 1,5. extrem billig ja das ist geil in spielig ist eine freunde statistik aussehen dann ätten wir das meine freunde ätten wir das was er vorgeschlossen unter der schläufe aber das ätten wir natürlich das ätten wir das ätten wir so geöffnet das ist der ring drop das ist der boom 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 oder der boom drop so ein bunt so fassade ist alles im ganzen leben ist fassade 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 was hat was hat das schichtbare gott zum bachbarnumme sehr gut meine freunde sehr gut Wow Wow, das ist so geil, das? Jetzt kommt der Trop, oder? Ja. Ist jetzt nicht der Trop, aber für die Kundschaft langt. So, dann brauchen wir da jetzt eine Tür. Eine Tür. Kein Salz. Machen wir das da. Schauen. Ah, ich will eine Tür. Eine Tür. Eine Tür. Eine Tür. Wie eine Tür. Wo krieg ich denn jetzt so die Bühne? Wo krieg ich es her? Zugang. Zugang. Zugang meine Freunde. Ich seh mir jetzt auch billiger Hunkern, meine Freunde. Billiger. Genauso. Perfekt. Perfekt. Ist falsch gemacht, ist falsch gemacht. Perfekt. So. So. Den können wir ja viel Kreis auflassen, meine Freunde. Den können wir ja viel Kreis auflassen, meine Freunde. Den können wir ja viel Kreis auflassen. Dann können wir uns ja auch da eine Sixer nehmen, wenn wir wollen, meine Freunde. Oh ja, so. Oh ja, so. Oh ja, so. Oh ja, so. Dann können wir uns ja auch da. Kein Requisite her, meine Freunde. So ist ein Kristall her, da. So, Kristall, ja. Der muss schön grün leichten. Ja, haha. Der muss schön leichten, meine Freunde. Der muss schön leichten, meine Freunde. Und dahinter da haben wir noch so eine Lampe hier. Ein schönes Lampe hier. Ich bin da, wo es da herkommt. Wir können hier noch so lange weg. Das geht hier auch an die Brände. Die sollte ein bisschen ein Ding bleiben. Ein bisschen... Blal legt an die Brände. Die Reichheit sollte so stark sein. Die Reichheit machen wir ein bisschen. Hallo, ich bin es. Zombie 7000. 10 nach 10, 2 Minuten, ich gesehen, meine Freunde. 10 nach 10, 2 Minuten, ich gesehen. Ich entschuldige mich. Servus, grüß dich. Einen wunderschönen Tag wünsche ich. So, wir haben einen Puls, meine Freunde. So, sehr schön. Da machen wir jetzt noch ein Dach drauf, meine Freunde. Ein schönes Dach. Mal schauen. Ja, das war vielleicht gar nicht so schlimm. So, machen wir da so ein Dach drauf. Dann auch so ein Dach drauf, meine Freunde. Genau. Mal kappen wir da hergehen mit der 6, meine Freunde. Jetzt tun wir das auch. Den schnappen. Sehr schön. Das da so rübergehen. Perfekt, meine Freunde. Dann machen wir dann so. Wunderbar, wunderbares Dach. Von Nikolaus. Von Nikolaus. Da kriegen wir auch bald der Nikolaus, meine Freunde. Bei diesem Gewett... Witterungsverhältnis bedenken wir schon bei... Weihnachten kriegen. Oder schnell etwas Grünes raus. Da würde ich so machen. Machen wir uns einfach was schönes... Crazyness, meine Freunde. Was ist die Crazyness? Da muss man einfach die Crazyness suchen. So, so. Ja, das ist wirklich schön. So, machen wir so was auch. Ein bisschen was so. Jawohl, das schaut geil aus. Jetzt brauchen wir da noch so eine kleine Wack-Visite, meine Freunde. So eine andere kleine Wack-Visite. Machen wir so. Aber ich glaube da kann ich nichts mehr anbauen. Ah, da geht nichts mehr zu anbauen. Ich sag, ich will da bauen. Oh, das geht sogar. Oh, das geht sogar. Oh, das geht sogar. Oh, hier habe ich den Collision-Bech. Haha, das ist geil. Das ist geil, meine Freunde. Das ist supergeil. Das heißt, wir können da hinter euch hin. Wir müssen die dementsprechende... Oder auch ein Forum finden, meine Freunde. Ein Forum. So, wir schauen mal. Oh, das schaut nichts aus. Das ist zu groß. Oder wir machen da so... So was hin. Jawohl. So was hin, meine Freunde. Und dann können wir so. Das ist Betonage. Beton. Das ist... Weiß, meine Freunde. Weiß. Und noch ein besseres weiß, wenn ich bin. Besseres weiß. Aber dann ist ja, glaube ich, wenn ich da schaue. Warten wir mal. Plastik. So können wir brauchen da. Plastik. Ja, perfekt. Ah. Schaut das perfekt aus. Wunderbar. Da haben wir kleine Hinten. Da gehabt muss noch ein paar Lamperle hinsetzen. Eine Lamperle. Lampe. Gibt's nicht. Licht. Licht. Heißt, es gibt ja da persönliche Statue. Gibt's persönliche Statue. Neonlichtbar vielleicht. Genau, das wird ja drin bei der Achterbahn bauen. So. Wir machen daher noch ein schönes Neonlicht. Einfach in eine crazy Farbe. Und so. Ah, das war jetzt die Wand. Das war jetzt die Wand, meine Freunde. Das war jetzt gar nicht gut. So. Dann wird mir das Neonlicht hoch. Das Neonlicht hat noch. So. Die Leuchtung. Ich merke, wie hell ich hier ein bisschen lachen. So. So ein bisschen blinken. Kling bezahlen, Schwing. Das ganze auf 0,5. Ich hab' die anderen auf fünf Sekunden gedacht, ist der Koffer. Das geht nicht, 0,5. TIONSIENifer. À, das schaut total aus wie so ein hinniger L artifact, meine Freunde. Da machen wir einfach bei der Beleuchter Und dann machen wir einfach Was haben wir denn da für eine crazy Farbe meine Freunde? Vielleicht soll ich das? Das schaut ganz gut aus Das schaut wunderbar aus Wunderbar schaut das aus Schaut mich gleich aus Wo schaut das denn aus? Was wir da jetzt so gesessen haben wir auf die Dächer Wenn ich da jetzt noch einen Übergang mache Dann habe ich die Neonrähe weg Aber ich kann mir die Neonrähe da neben meine Freunde Ich kann sie da rein Dann kann ich mir sie da Wecklöschen Dann kann ich da gehen auf die Dächer meine Freunde Genau Perfekt Dann haben sie so einen eigenen Durchgang Das ist mega Aber ich finde das super Und jetzt müssen wir da doch eine schräge näher werden Oder eine schräge näher werden Warte mal Was ist der Wisch? Eine schräge Ich bin sie 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 Die sollte jetzt blinken Die muss blinken Ich bin sie 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 Und ich bin sie Das kriegt man so gut, meine Freunde, das kriegt man so gut. Können wir uns jetzt das da an? Dann gucken wir so einen Ackerbauer. Oh! Ja, das ist doch geil. Gibt's doch so Stachverkleidungen. Das gibt's auch noch. Das gibt's auch noch. Das gibt's noch schon auch. Ja, das schaut doch geil. Dann haben wir da ein bisschen Stütz nennen, meine Freunde. Ja, wohl, dann haben wir da so Stütz nennen, meine Freunde. Den können wir wohl braun machen, meine Freunde. So, der für ein braun. Er hat das braun da. Dann können wir das da in so einem braun machen. Genau. Das können wir in weiß machen. Jawohl. Das sieht halt Holz. Holz emittieren. Nein, das schaut gar nicht gerade aus. Das ist nicht mehr Plastik. Plastik schaut super aus. Genau. Dann haben wir da die Stütz nennen, meine Freunde. Das schaut mega aus. Ich denke mal schauen, ob wir da noch irgendetwas haben. Das ist das doch. Das kannst du weiter machen. So machen dann, meine Freunde. Man muss jetzt aber die wieder rauslösen, weil die schauen scheiße aus. So, das schaut gut aus, dann brauche ich da noch Stützen, das lass schauen, dann brauche ich da noch so Stützen, meine Freundin, muss ich sagen, wenn wir das am Pflug sind, jawohl, dann haben wir da so ein Pfleck, wunderbar, dann haben wir da so eine offene Aussicht, daher machen wir einen anderen Zaun, also jetzt können wir uns richtig verwirklichen, meine Freunde, also das ist das Individuelle, genau, wunderbar, meine Freunde, der Zaun muss natürlich, quasi hier nachsehen, wenn wir dann noch ein bisschen so, so ein bisschen verschiedene Farben kommen, nicht aber die gleichen, so, dass wir mal alles in die Welt des Buntes reinkriegen, meine Freunde, dass wir so leichte Schattierungen haben, so, was weiß ich, muss sagen, so den rosen, dann muss man so etwas sehen, jawohl, das ist schon gut aus, die Brauen können wir auch lassen, das ist auch kein Problem, dann haben wir ja, jetzt muss ich mal speichern, jetzt muss ich mal speichern, ich muss schon lange nicht mehr speichern, natürlich gibt es einen Autospeicher, das ist gar keine Frage. Schau, ob es irgendwo eine Rakete gibt, ob die Raketen auch funktionieren, das ich habe gar nicht gesehen, wir schauen, ob die Raketen funktionieren, ob die Raketen von da aus funktionieren, jawohl, sie funktionieren, meine Freunde, jawohl, ha ha ha, wunderbar, schnurz und dusch, so macht es gerade so ein Lymetten, ein Lautstark, brutal, meine Freunde, brutal, geil aus, Farbenflug, ha, mega, sind gut, die sind teuer, aber gut, Investitionen, weil es einfach Spaß mitbringen, so, jetzt brauchen wir es schon, und dann ist irgendwas so, jetzt ist es auch eine Wandrequisite, oder was hätten wir im Freien, so gerade mit so ein bisschen so, so Etilampen, aber so, ich brauche ein bisschen weiches Licht, so etwas, vielleicht, ja, das ist schon gut, das ist schon gut, aber warmes Licht, da wohnen sie ja nach zu Hause, also, jetzt sind wir schon wieder bei Gewürb, wie war es mit Orange, schon, oh, das ist aggressiv, aggressiv, wer weiß mit Zeug aus, ja, hat leichte Wärme, hat schon was von Nikol aus, ja, ist schon so gut, ist schon so gut, dann brauchen wir da vielleicht auch noch so eine Zierleisten, oder was immer, meine Freunde, passt, haben wir da so ein Neonlicht, jetzt lass uns einmal schauen, wo wir da noch so ein Neon herkriegen, ja, das könnte man vielleicht auch hier machen, da geht sich da noch eine Grote aus, meine Freunde, ja, die gange jetzt auch noch nicht, schau, die gange jetzt auch noch nicht aus, da sind die genommen, schau, da sind die genommen, die läuft natürlich jetzt einmal grün, für ein Zombie 7000, das man schießt, ja, wunderbar, ein schönes Grün, leichte Beleuchtung, die Reichweite vielleicht nicht, und der muss, ein bisschen die Reichweite erhält, so ein KC noch, ah, zum Begriff, sehr gut, und die, meine, die muss natürlich nicht angepasst sein, aber die muss jetzt jetzt blinken, meine Freunde, können wir ruhig Öfe machen, meine Freunde, die Stärke auf 3, das ist gar kein Problem, die On-Dyme soll jetzt sein, 075, die Off-Dyme auf 05, jawohl, dann haben wir so ein aggressives Blinker, schau, so aggressive Blinker haben wir da, schau, jetzt haben sie da von raus noch reingehessen, was das so unterschiedliches bringt, wunderbar, wunderbar, sind sie die kleinen, dicker als was man hat, so die kleinen, die kleinen, Blinker haben, so ein Glaswand, machen wir das Römer, ja, nein, Römer, da haben wir auch noch was, über Kopf, was ist denn das, ah, das ist das, nein, das gefällt mir nicht, das gefällt mir nicht, meine Freunde, aber für dies muss da einfach zeit kommen dass das geht nicht anders das geht nicht anders wir hätten da noch lichter ja lichter ich meine das war ja ganz geil was haben wir denn da puller sphäre und raps haben wir noch und unser um das ist was kleines was kann die go nix die kann go nix von der grünen ok lassen wir stehen und das am bogen der braucht eine krasse farb der braucht irgendwann krasse farb muss richtig leuchten es ist mir zu grün und ich mache selber in grün in den gleichen grünen was da hat es zu dunkel ich brauche noch heller sein alles auch nicht so dunkel das ist ja heller sein das passt gut das passt gut meine freunde was haben wir denn da noch schönes ist eine kleine markise bildtafel haben wir da meine freunde ich brach hat ja so ein stütz was ich brach hat meine freunde war da haben wir da so holt sein da hätten wir eh schon gehabt oder was haben wir denn da sind wir hier sind wir warte mal das wollen wir jetzt nicht holen wird es komplett anders kommen wir mit dem eigenen park haben wir also da ist einfach so richtig ein falsche falsche set diese sache jetzt einfach so jetzt einfach das etwas her so das macht man zu einer krassen abstrakten farbe ich sehe das ist nicht nur das ist nicht nur der stadt Ich küsse dich, Regenbogeneinhörner. Ich liebe Einhörner. Nein, ich liebe mich werden kann, aber ich fühl sie auch nicht. So, und da ein Dammer. Was sagst du, das schaut aus wie ein Elgenhut. Mein Hut ist das Sammerei-Hut. Das ist ein cooler Hut, das schaut. Der hat 100, 100, 120 Obergs. Das ist von Dom Tu und die Hose ist irgendwo gratis, glaube ich. Also, nicht viel. So, weiter dann. Nicht lang geschnackt. Ah, was passt denn gut zu dem? Geld passt gut zu dem. Dann haben wir da eine leichte Spielerei, meine Freunde. So, wunderbar. Dann haben wir da so coole Edges drinnen. Das ist schon geil. Dann haben wir das leicht dekaltiert, sozusagen. Dann brauchen wir da Rohm. Ich weiß ja, wo es zum Spielen ist. Meine Freunde haben gebrochen da noch ein Auto. Ein Auto, meine Freunde. Das ist natürlich da die Frage, dass wir das Auto zuerst durchsetzen. So, jetzt zeige ich Magie. Magie zeige ich, meine Freunde. Magie. Baf. Es geht nur mit dem Collision-Bass, meine Freunde. Es geht nur mit dem Collision-Bass. So. 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 Müsste das passen. G ist konfirm, meine Freunde. Wunderbar. Das Auto müssen wir. Jetzt eine crazy Farbe. Das braucht man zu wichtig. Ein knalliges Grün. Jawoll. Ein knalliges Grün. Und ein buntes Rosa dazu. Ha. 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 Das schaut geil aus, meine Freunde. Das schaut richtig mega nice aus. So. Dann haben wir da so ein schönes Auto, meine Freunde. Schönes Auto haben wir da. Wunderbar. Mal gab es so, glaube ich auch noch den LKW. Der LKW, der hat es auch noch. Der LKW mit dem Sand. Wenn mir finden tut. Der ist der LKW. Da ist der LKW. Was mit der LKW? Da hast du ja noch einen dringend? Ich weiß nicht, wie es anders geht. So. Na schauen wir den Hochzeichen. über den rüber ziehen weiß ich keine animation mega ist man kann martin dran wenn man nicht dran so wenn man dran so gut dran wenn man so gut es laufen so war von der vorne bis zu oben So, jetzt sehe ich den dann ein bissel vor, du kannst natürlich auch spielen, wie du willst, dann soll man gehen. Confirmed meine Freunde, geh confirmed. So, jetzt müssen wir wieder ein bissel Geld reinholen, jetzt muss ich verkaufen. So, und jetzt muss der crazy sein meine Freunde, crazy, braucht der crazy Geld. Wunderbar, ha? So, das Hüterle haben wir jetzt ausgebaut meine Freunde, das haben wir jetzt richtig schön ausgebaut, was du nicht machen musst, das bringt ja nichts, also für die NPCs ist völlig irrelevant, ob du das machst oder nicht, aber das machst du halt rein für dich schon, also, das sieht schon mega aus, das ist schon mega. Jetzt müssen wir aber schnell schauen gehen, ich habe ja eine neue Achterbahn gemacht, das ist die, das sieht man aus, wir haben es mit den Autos, also leuchten auch so schön, das ist ja geil. Leuchten die da drüben auch meine Freunde. Ja, die leuchten auch schon, wow, wow, das ist mega. So, jetzt ist ja auch voll aus, muss man grad nicht schauen, was die Achterbahn da verdient habe meine Freunde, was die Achterbahn da schon verdient hat. 7.000, ja, kostet es mich glaube ich, 80.000, 90.000, sehr schön. Oh, ist das halt für eine lange Sicht, ist das halt ein Ding, naja, was sagt man da? So, da hat man auch noch schön gemacht, schau, bisschen so, bisschen so, ist da richtig schön, da sind die Achterbahn rein, ist schon geil, ist schon geil, muss man einfach so, ist geil, das sind ja doch alles Geschmackssache, ist eh ganz klar. So, der schaut schon mal rum, schau, der schaut schon mal rum und sagt, was will der Amari, was will der Amari, ich bin hungrig, ich bin hungrig, ist einfach geil. Es gibt auch fertig Achterbahnen, natürlich, ja, diese da drüben, diese silberne, diese wilde Maus ist fertig, aber das wird am Anfang nur fertig gemacht, für ein Cash generieren, was der für ein, für ein Ding, aber die ist selber gebaut, das ist bei myself und das sind die fertig, die sind auch fertig, für die generiert, mal schauen wir, für die ist schon generiert, 72.000 oder so, hat sich nicht ausgezahlt, und die da, die wilde Maus hat kostet glaube ich 30.000, ja, sie ist halt so eine Eikretsche, wenn man so auszahlen, dann sind natürlich, ja, diese habe ich gebaut, diese Rocket Star da, Rocket Star, das ist eine Schwarte, eine kurze, ich kann Ihnen natürlich die Fahrt zeigen, das ist ja gar kein Problem, mache ich da gerne für Sie, nehme ich da mit, ein, eine Chance an sie von außen an, zeige Ihnen meine wunderbare, Sie können Sie gerne selber nachbauen, wie Sie werden Sie gehen, bis Sie das Hände nachbauen, es ist eine Schwarte, 32 Sekunden maximale Reisezeit, und, ja, da geht's noch richtig los, verstehst du, warm, 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 ist eine Schwarte auf engem dann kostet immer 3, 4, 500.000, je nachdem, oder noch die ganzen Details dazu, dann ist eine Million weggeschaut, für mich ist jetzt einmal effektiv wichtig, dass da ein bisschen ein Schnörkel reinkommt, ein bisschen Stuck, also der ist so, dann muss ich die Grundstücke kaufen, dann habe ich noch diese, diese, diese zu kaufen, dann muss ich jetzt eine zweite City Jing eingebauen, meine Freunde, kurz real life, meine Freunde. So, real life dick dabei, meine Freunde, aber ist ja das so, haha, die Frau ist beim Kochen und, ja, was ist es machen, so meine Freunde, ob ich die Bühne, ja, das muss alles verschönert werden, ein bisschen an Stuttkeiche, also, und eine zweite Bahn, also die soll es kaufen, haben wir gesagt, die soll es kaufen, dann hinten muss ich nachher noch die Game Pass, weil die kosten 2, 4, 6, 8, 5, 12, da muss man glaube ich noch 500 Robachs ausgeben, und dass man nachher dann ab diesem Ding einen zweiten City Jet startet, es wird einfach mega nice, meine Freunde, aber das sind so die zukünftigen Pläne, meine Freunde, ja, so. Wie viel haben wir jetzt eigentlich da, durch dieses verdient, 36.000? Die kleinen Vorgeschäfte sind zwar die langweiligen, aber das sind richtig die, 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 die die Tiere Däune machen, die Tiere Däune machen, und wenn es den richtigen Tiere Däune machen willst, und da brauchst du ja Geld, ne, das ist nicht, ein bisschen Werbung. Dein Handicap, ich bin mir gehandicap, da ist es, nein, nur Spaß, ich habe ein bisschen, ein bisschen handicapped hergeschaut, und so, da unten ist, das haben wir oft drin gebaut, das sind so die Standards, wo du sagst, das ist standardmäßig, jetzt sieht man halt nicht, weil so viel los ist, und ich komme bis da her, und da kriegst du 25, und da schaust du, Cascheroni 16.000, schau, ja, siehst du, Cascheroni 16.000, das machst du da, das sind so die AFK, weil du brauchst dir Millionen, Millionen, über Millionen Cascheroni, also eine Raketen kostet 5.000, 6.000, also ein Zug 5.000 ist halt 10.000, 20.000, wo es da oben steht, wieder Licht, dann tausend da, verstehst du, du musst vorher hinein Geld generieren, Mitte später dann nachher da, das Ding machen kannst du meine Freunde, okay, so, so, wo sind wir jetzt Stäblin, da sind wir Stäblin, da müssen wir weiter basteln, jetzt müssen wir schauen mal, den haben wir relativ neu gehabt, jetzt müssen wir kurz stampeln, jetzt vor lauter der Rennen, am Verlag der Groß, jetzt schauen wir uns, jetzt erst die Statistik von 1.800 Menschen, das ist ja extrem billig, das ist mega nice, das schaut sich sogar bei meine Freunde, das schaut sich echt gerne, so, jetzt sollten wir da noch ein bisschen Liebe immer walten lassen, das kann man da herbauen, ein Lichtanlog vielleicht, dass man sagt, das kann man machen, dass man sagt, meine Freunde, so, dass man sagt, das kann natürlich auch andere Farbe sein, wir können einmal schauen, was da für andere Farbe, jetzt sollten wir mal schauen, wo haben wir es denn, da haben wir es, La Emmer, wir sind da, Hi La Emmer, La Emmer Rix, ich nehme die einfach klein, Hallihallo, ich danke dir, willkommen bei den Mages, ich suche noch Bürger für Louvangen, aus der schwarze Augen, meine Freunde, das sind noch ein kleines Spieser, ich danke dir, wünsche dir einen wunderschönen Tag, hab eine schöne Zeit, auf Twitch, so meine weiter geht's, so, dann haben wir das, das und das, wunderbar, und da die Sonne bauen wir so eine schöne Lichtanlage ein, ups, das ist jetzt voll Spaß, haben wir so eine schöne Lichtanlage, meine Freunde, so, hoppity hopp, das sollte nicht allzu groß sein, nur so ein bisschen klein, sie sollte auch ein bisschen bunt sein, und das können wir individuell abändern, wenn wir wollen, meine Freunde, so, so, dann so ein bisschen, so, dann so ein bisschen, der Krieg, der Krieg, meine Freunde, ganz ziemlich, der Laim, natürlich ein Laim, Laim war sie schon, Laim war sie schon, aus Taxi-Boss, ja, Taxi-Boss, Roblox, natürlich, aber das, auf YouTube heißt es anders, auf YouTube heißt es anders, ja, aber ich denke dir, dass du auch hier auf Twitch folgst, super, ne, du brauchst nirgendwas, die Zähne, ja, so, so, das sind uns eigentlich schon lange, meine Freunde, und dann können wir uns da eine Form nehmen, eine Form, das muss gar nicht einmal so viel sein, vielleicht ein bisschen breiter, so ungefähr, das schaut so gut aus, ah, das schaut so geil aus, schauen wir da nicht andere Formen, meine Freunde, ein bisschen ein Form, was ist das da, das ist nix, und auch was, was ist das für ein Form? Gibt's geile Formen, meine Freunde, ich weiß, ob ich weiß, dass du allein bist, super, dass du auch mit dabei bist, meine Freunde, Berge, bei dir, da kann man da sagen, ja, das war so GOD dessas, habe ich ein Formen, gesamte das Röhren, da kann wir da gleich zusammen schwer, ne... mach doch röhrn, anyway, dann wir euch durch eine BrauELưởng Here, ein婆lden für uns draus, eine Brände, vorhauen, dann können wir dazu sagen, ohne without the B ren engines escaping, was richtig Nicolos, snappin snappin referente berge so warum jetzt ist es krollt so langsam doch mal schauen wir haben da so eine lanketanz und sie ist ein bissel besser so rein jawohl das passt uns das ist das verteil das ist das braucht es braucht man nicht meine freunde machen wir auch was das andere teil das ist scheiße das ist scheiße das ist böse man kann man sich da so rein switchen gehe ich kann vorne meine freunde dann braucht man dadurch noch was nach oben oder schau mal weg jawohl das schaut gut aus das schaut gut aus meine freunde das ist natürlich mit den dingen so wie böse aber da muss man sehr aufpassen heutzutage muss man sehr aufpassen es gibt wahrscheinlich keine der hat noch eine kugel der ist der ist der ist sehr gut eine reinigerode gibt es da nicht okay ich hab schon konformt ja ich hab schon konformt nehmen wir es da können wir uns die da rausnehmen so konfront dann brauchen wir die da so wir kommen vor und fertig machen viel alles lassen wir so aus vielen lernt man nicht so da machen wir jetzt ein schönes gelb das blau lassen wir da machen wir jetzt ein schönes rot machen wir jetzt ein schönes das war eigentlich eine dieses tollen leute macht 6 da so geht es einfach das was wir machen geht konfernen habt ihr meine anfrage in roblox geschenke machen machen natürlich auf jeden fall nein kann ich den alten laien löschen und den ein genau machen dazu auf jeden fall mache ich auch wohl mache ich auch wohl die freunde berge so jetzt keine madonna den anhalten machen sauber wer bist du steht in der info ich bin 53 1969 und man glaubt es trotzdem ist trotzdem wünsche ich dir einen schönen dank von fremden berge so das so was auch da geht konfernen fertig was schon wunderbar ha jetzt brauchen wir so eine schräge nach unten das war einer ganz geil eben das war so was an dinge da muss einfach mit 6 uf und dann muss einfach so ein nimmer und drehen das passt ja mega mega ist eine ganz stimmst ganz alles was man will das was mich das ist als plastik durch man kann ja muss da noch ein ding hinstellen das ist ein raste ding sein, so ein paar holzbecken, ja genau, so ein holzblock sollte man da reinsteigen 53, ja 53, 53, man glaubt das kaum, ja es ist aber so hat jetzt so ein bisschen das, so eine teile ist so ein klinger, so ein holzpark da lassen wir das holz ausgewachsen, da kann man gehen kann man schauen, das ist ein bisschen überlappt, dann können wir das da rein gehen lassen wunderbar, dann können wir das da noch blau anmalen, mal schauen schaut ganz ein bisschen scheiße aus, aber ja, das schaut ganz gut aus da haben wir sicher genau die überlappung uh, das ist gar nicht gut, gar nicht gut, denn so flimmert das mag er überhaupt nicht das mag er überhaupt nicht das mag er überhaupt nicht mehr aufwendig dann tun wir 6, dann können wir das einfach rausziehen, so geht, kann schauen, lass uns schauen das müsste passen, wenn man da jetzt eine andere Farbeige tut nicht ganz sauber, aber das passt schon so meine Freundin, das passt schon so nicht so, tun wir nachher noch weiter passen, aber wenn es gar keine idee liegt, dann wird man aufgefahren genau, die Lichtanlage so, dann wird man da noch formen her da, warte mal, formen was brauchen wir denn da so, was brauchen wir denn da so, was brauchen wir da her, oder? lass uns mal schauen jetzt brauchen wir doch das Vertical Snapping lass uns mal schauen oh, das ist fast vielleicht so, dann hat man das da abend so, was brauchen wir doch auch das so, was brauchen wir doch das nicht wo, was es nicht andere wo ist es einengegenden Ah, das passt gar nicht, nein, das ist ja geil, ähm, dann schauen wir die Foulsnapping, dann gehen wir doch noch, nein, die Foulsnapping, das schaut glatt so das aus, ok, confirm, nein, das will eigentlich nicht, so, jetzt sind 6, so, jetzt haben wir das hier drin, dass wir es dauerhaft haben, es ist mega, Oblox ist ab und so ein Phänomen, was wir es tun haben, ab und so ist es mal ein Phänomen, soll ich nicht confirm, gell, nein, jetzt ist es ab und so, das passt meine Freunde, dann haben wir das da, also, gut aus, dann können wir es da ein schönes Rot hinmachen, meine Freunde, ein schönes Rot, ein schönes Grün und Weißfeld, ah, ist das geil, so, jetzt schauen wir uns das Lichtanlage noch hin, lass uns jetzt da mal das Lichtanlage noch nicht mehr, Freunde, haben wir schon, jawohl, nehmen wir den da, da haben wir das, da haben wir das, das ein Confirmt, jetzt brauchen wir das, jetzt siehst du aber da auch auf den und das ist aber geil zu wissen, dann kann man sich das einfach raus und einschalten, wenn man das braucht, so, das ist jetzt dann 2 Söp her, und da auch mal ein Punkt getrunken, in einem schönen Rosarot, in einem schönen Grün, und in einem schönen Rot, und in einem schönen Geld, meine Freunde, schöne, bunter, independe und dann haben wir das neue Grün, dann schauen wir uns das jetzt doch her, nehm man so, das da noch ein bisschen verkleiden, so, dass man das da nur von vorne sieht, perfekt, meine Freunde, perfekt, Jetzt kommt der Punkt. Wunderbar, meine Freunde. Wunderbar, hä? Wunderbar. So, soll man schauen, was der Dom tut. So, es gibt noch viel zu tun. Er bricht die Bock, also soll man schauen, der Dom. Sehen Sie, die Jets schon fertig gebaut haben. Und bei der Taschen fertig gebaut haben. Letzter Gang. Letzter Gang. So, der Achterbahnman. So, wunderbar. Jetzt ist der Hauptbahnhof. Schauen wir uns jetzt an. Inzwischen kriegen wir jetzt ein paar Kaus. Aufhören wir? Nein, wohl, wohl. So, da sind wir. Dort hat es schon eine Hauptbahn. Oh, ho, 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 ho. Nicht einsteigen. Einsteig 1, Hauptbahnhof. Wai, hat so ein City-Jet, hat er schon. Heißt er schon ein Ding? Heißt er schon ein Ding machen? Ja. Heißt er schon ein Ding? Mega. Schaut mega aus. Mega. Mega. Der ist richtig mega. Der ist richtig mega. Wow. Richtig geil gemacht. Das hat er richtig geil gemacht. Richtig geil gemacht. Richtig geil gemacht. Das hat er richtig geil gemacht. Schauen wir uns das einmal an. Oh, die Hörnröhren. Jawohl, so wie man es grenzt. Super. Die Gleisen 2 und 3. Da ist alles kaputt, aber das wird der City-Jet. Also das wird mega. Super, super, super Sachen. Super Sachen. So, dann bin ich wieder zurück. An meinen Team zurück. An meinen Park zurück, meine Freunde. Ich strebe immer 3 Stunden zu ziehen. So, dann tat ich so. Haben wir es gesehen für heute meine Freunde. Das ist die Parkübersicht. Was wir auch noch brauchen ist, dass wir ein bisschen ein Gebirge reinbringen. Dass wir so, dass wir seitlich außen. Dass man da mitten ein bisschen flach ist und seitlich außen noch. Aber da haben wir noch jede Menge Zeit meine Freunde. So. So. Da steh jetzt ein bisschen schlecht, meine Freunde. Da steh jetzt ein bisschen schlecht. Ich sag gleich, ich zeh schon, meine Freunde. Ich sag gleich, ich sag gleich, ich sag gleich wieder. Ob sie scheint auch, was selber. Ja, servus. Papaaa. 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 Papaaa.